Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams Hörbuch Teil 2 Kapitel 12 Laute Gangmusik plärrte und schepperte durch die Kommandozentrale der Herz aus Gold, als Zephyr die Wellenbereiche des Sub-Ether-Radios nach irgendwelchen Nachrichten über sich absuchte. Das Gerät war ziemlich schwierig zu bedienen. Denn jahrelang hatte man bei Radios auf Knöpfe drücken und an Skalenrädern drehen müssen. Als dann die Technik immer raffinierter wurde, machte man die Regler berührempfindlich. Man brauchte die Schaltelemente nur noch mit den Fingern anzutippen. Jetzt aber musste man nur noch mit der Hand ungefähr in die Richtung des Apparats winken und hoffen. Das sparte natürlich eine Menge Muskelkraft, hatte aber auch den Nachteil, dass man wahnsinnig still sitzen musste, wenn man ein und dasselbe Programm drin behalten wollte. Zephyr winkte mit der Hand und die Frequenz änderte sich erneut. Wiedergangmusik, diesmal aber als Hintergrund zu einer Nachrichtenmeldung. Die Nachrichten waren immer kräftig redigiert, damit sie zum Rhythmus der Musik passten. Es folgen nun die Nachrichten auf der Sub-Ether-Welle, die sie rund um die Uhr, rund um die Galaxis empfangen können, quakt deine Stimme. Und dazu begrüßen wir mit einem herzlichen Hallo alle intelligenten Lebensformen überall im All. Und natürlich auch alle anderen da draußen. Hauptsache, ihr haut die Klamotten immer kräftig zusammen, Jungs. Und die fetteste Schlagzeile heute Abend ist selbstverständlich der sensationelle Diebstahl des Raumschiff-Prototyps mit dem neuen Unwahrscheinlichkeits-Drive durch keinen anderen als den galaktischen Präsidenten Zaffet-Bibelbrocks. Und die Frage, die sich da natürlich jeder stellt, lautet, ist der große Sie jetzt endgültig weggetreten? Denn Bibelbrocks, der Erfinder des pangalaktischen Donnergurglers, der Ex-Hochstapler, den Exzentriker, Galumbitz, einmal den größten Knaller seit dem Urknall nannte und der vor kurzem nun schon zum siebten Male hintereinander zum am schlechtesten gekleideten, fühlenden Wesen des Universums gewählt wurde, weiß er diesmal eine Antwort. Wir fragten seinen persönlichen Gehirn-Wartungsexperten-Gag Halfrund. Die Musik strudelte einen Augenblick in den Vordergrund und wich dann wieder zurück. Eine andere Stimme blendete sich ein, wahrscheinlich die von Halfrund. Sie sagte, naja, wissen Sie, so ist Zaffet nun mal, ne? Kam aber nicht weiter, weil ein elektrischer Bleistift quer durch die Kabine und den Luftraum des Ein-Aus-Sensors des Radios flog. Zaffet drehte sich um und starrte Trillian an. Sie hatte den Bleistift geworfen. Hey, sagte er, was soll das denn? Trillian tippte mit dem Finger auf einen Monitor voller Zahlen. Mir ist gerade was eingefallen, sagte sie. Ach ja, sowas Wichtiges, dass du die Nachrichten über mich unterbrichst? Du hörst sowieso schon genug über dich. Ich bin in großer Gefahr, das wissen wir doch. Können wir nur für einen Augenblick mal dein Ego beiseite lassen? Das hier ist wichtig. Wenn es hier in der Gegend irgendwas Wichtigeres als mein Ego gibt, verlange ich, dass man es auf der Stelle verhaftet oder schießt. Zaffet starrte sie wieder an, dann lachte er. Pass auf, sagte sie, wir haben doch diese beiden Typen da aufgelesen. Welche beiden Typen denn? Die beiden Typen, die wir aufgelesen haben. Ach ja, sagte Zaffet, diese beiden Typen. Wir haben sie im Sektor ZZ9 Plural Z Alpha aufgelesen. Ja und, sagte Zaffet und blinzelte. Trillion sagte mit ruhiger Stimme. Sag dir das nicht irgendwas? Hm, machte Zaffet. ZZ9 Plural Z Alpha. ZZ9 Plural Z Alpha. Na, sagte Trillion. Äh, was bedeutet eigentlich das, äh, Z, fragte Zaffet. Welches? Jedes. Eine der größten Schwierigkeiten im Verhältnis zu Zaffet bestand für Trillion darin, unterscheiden zu lernen, wann er sich dumm stellte, um Leute aus der Reserve zu locken, wann er sich dumm stellte, weil er im Moment nicht überlegen und das Denken jemand anderen überlassen wollte, wann er sich unverschämt dumm stellte, um zu verbergen, dass er wirklich nicht wusste, worum es gerade ging, und wann er wirklich und wahrhaftig dumm war. Er war berühmt dafür, ungeheuer clever zu sein, und das war er auch ganz offenbar, aber nicht immer, was ihn natürlich beunruhigte, und darum auch das ganze Theater. Er mochte es lieber, wenn die Leute verdutzt statt respektlos waren. Vor allem, das erschien Trillion wirklich und wahrhaftig dumm, aber sie hatte keine Lust mehr, darüber noch länger zu streiten. Sie seufzte und tippte auf den Knöpfen eine Sternenkarte in den Monitor, um es ihm leichter zu machen. Ganz egal, wie seine Gründe auch lauten mochten, es so zu wollen. Da, zeigte sie, genau da. Äh, ja, sagte Zaffet. Und? sagte sie. Was und? Teile ihres Kopfinneren schrien andere Teile ihres Kopfinneren an. Sehr ruhig, sagte sie. Das ist derselbe Sektor, in dem du auch mich aufgelesen hast. Er sah sie an und guckte wieder auf den Monitor. Ja, richtig, sagte er. Na, das ist ja verrückt. Eigentlich hätten wir doch direkt inmitten in den Pferdekopfnebel schwirren müssen. Wie sind wir denn hierher gekommen? Ich meine, das ist doch nirgendwo. Das überhörte sie. Unwahrscheinlichkeits-Drive, sagte sie geduldig. Du hast ihn mir doch selbst erklärt. Wir durchfliegen gleichzeitig jeden Punkt des Universums. Das weißt du doch. Ja, das ist doch wirklich ein zu komischer Zufall, nicht? Ja. Ausgerechnet an diesem Punkt jemanden aufzulesen, wenn man sich aus dem ganzen Universum aussuchen kann, das ist doch wirklich zu, ich würde es ja gerne mal durchrechnen, Computer. Der Sirius-Kybernetik-Bordcomputer, der jedes kleinste Teilchen des Raumschiffs in seiner Kontrolle hatte, schaltete auf Kommunikationsbereitschaft. Hallo, Freunde, sagte er fröhlich und spuckte gleichzeitig einen kleinen Lochstreifen aus, nur so zur Erinnerung. Auf dem Lochstreifen stand, Hallo, Freunde. Oh Gott, sagte Seffert. Er hatte noch nicht viel mit diesem Computer gearbeitet, hasste ihn aber bereits von ganzem Herzen. Der Computer redete und tickerte weiter, dreist und munter, als verkaufe er Waschpulver. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich dazu da bin, Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme mitzuhelfen, egal, worum es dabei geht. Ja, ja, sagte Seffert. Weißt du, ich glaube, ich nehme doch lieber ein Stück Papier. Aber klar, sagte der Computer und spuckte seine Mitteilung gleichzeitig in einen Papierkorb. Ich verstehe. Sollten Sie mal wieder... Schnauze, sagte Seffert, schnappte sich einen Bleistift und setzte sich neben Trillian an das Schaltpult. Okay, okay, sagte der Computer pikiert und schaltete seinen Sprechkanal wieder ab. Seffert und Trillian hockten über den Zahlen, die vor ihnen auf dem Unwahrscheinlichkeitsflugbahn-Radarschirm leise auflimmerten. Können wir berechnen, sagte Seffert, wie hoch aus Ihrer Sicht die Unwahrscheinlichkeit ihrer Rettung war? Ja, das ist eine Konstante, sagte Trillian. 1 zu 2 hoch 267.709. Das ist hoch. Die beiden hatten verdammt großes Glück. Ja. Aber im Verhältnis zu unserer Geschwindigkeit, als das Raumschiff sie aufnahm... Trillian tippte die Zahlen ein. Sie ergaben 1 zu 2 hoch unendlich minus 1. Eine irrationale Zahl, die nur in der Unwahrscheinlichkeitsphysik eine feste Bedeutung hat. Ist das verdammt niedrig, puh, fuhr Seffert fort und stieß einen leisen Pfiff aus. Ja, stimmte Trillian zu und sah ihn fragend an. Es muss eine gewaltige Menge Unwahrscheinlichkeit dahinter stecken. Irgendwas verdammt Unwahrscheinliches muss in der Rechnung auftauchen, wenn das hier noch was ergeben soll. Seffert kritzelte ein paar Berechnungen hin, strich sie wieder aus und warf den Bleistift hin. Verdammt nochmal, ich krieg's nicht raus. Und nun? Seffert donnerte gereizt seine beiden Köpfe zusammen und knirschte mit den Zähnen. Okay, sagte er. Computer! Die Sprachschaltkreise lebten wieder auf. Hallo, da bin ich wieder, sagten sie. Tickerstreifen, Tickerstreifen. Ich will nichts anderes als Ihnen den Tag schöner machen. Schöner und schöner und schöner und ja, ist ja gut. Halt bloß die Klappe und rechnen mir was aus. Aber klar, schnatterte der Computer, sie möchten eine Wahrscheinlichkeitskalkulation auf der Grundlage von Unwahrscheinlichkeitsdaten. Ja. Okay, fuhr der Computer fort. Da wäre zunächst eine interessante kleine Feststellung zu machen. Haben Sie schon bemerkt, dass das Leben der meisten Leute von Telefonnummern bestimmt wird? Ein gequälter Blick kroch über eins von Sefferts Gesichtern und dann weiter zum nächsten. Bist du übergeschnappt? Fragte er. Nein, aber Sie werden es gleich sein, wenn ich Ihnen erzähle, dass... Trillion atmete hörbar. Hektisch fummelte sie an den Knöpfen des Unwahrscheinlichkeitsflugbahnmonitors rum. Telefonnummer, sagte sie. Hat das Ding hier eben Telefonnummer gesagt? Zahlen blitzten auf dem Bildschirm auf. Der Computer hat eine höfliche Pause eingelegt, aber jetzt machte er weiter. Was ich eben sagen wollte war, lass gut sein, sagte Trillion. Guck mal, was ist das denn? Fragte Seffert. Weiß ich nicht, sagte Trillion. Aber die beiden Fremden sind mit diesem jammervollen Roboter hierher unterwegs. Bekommen wir sie in irgendwelche Überwachungskameras? Kapitel 13 Marvin trottete noch immer jammernd den Korridor entlang. Und dann habe ich natürlich noch diese grässlichen Schmerzen in allen Dioden hier unten an der linken Seite. Ach, bemerkte Arthur bissig, während er neben ihm weiterging. Wirklich? Oh ja, sagte Marvin. Ich meine, ich habe darum gebeten, dass man sie auswechselt. Aber es hört ja keiner zu. Das kann ich mir vorstellen. Von fort war ein undefinierbares Gepfeif und Gesumme zu vernehmen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, sagte er immer wieder zu sich selbst. Seffert Bibelbrocks. Plötzlich blieb Marvin stehen und hob die Hand in die Höhe. Ihr wisst natürlich, was jetzt passiert ist, gell? Nein, was denn, sagte Arthur, der es gar nicht wissen wollte. Wir sind schon wieder an einer von diesen Türen angekommen. Eine Schiebetür war in die Gangwand eingelassen. Marvin beäugte sie argwöhnisch. Na, was ist? fragte Ford ungeduldig. Gehen wir nicht weiter? Gehen wir nicht weiter? äffte Marvin ihn nach. Ja, das hier ist die Tür zur Kommandozentrale. Man sagte mir, ich solle euch zur Kommandozentrale bringen. Mich sollte es nicht wundern, wenn das heutzutage die höchsten Anforderungen sind, die an intellektuelle Kapazitäten gestellt werden. Langsam und mit dem allergrößten Abscheu ging er wie ein Jäger, der sich an seine Beute heranpirscht, auf die Tür zu. Die glitt auf einmal auf. Vielen Dank, sagte sie. Sie haben eine einfache Tür sehr glücklich gemacht. In der Tiefe von Marvins Brustkasten knirschten Zahnräder. Komisch, sagte er mit Grabesstimme. Genauso ist es, wenn man denkt, das Leben könnte unmöglich noch schlechter werden. Und dann tut es genau das. Er schleppte sich durch die Tür, während sich Ford und Arthur noch immer verdutzt ansahen und die Schultern zuckten. Von drinnen hörten sie wieder Marvin reden. Ich nehme an, ihr wollt jetzt mit den Fremden reden, sagte er. Soll ich mich so lange in eine Ecke setzen und vor mich hin rosten oder einfach gleich hier, wo ich stehe, auseinanderfallen? Ach, fühl sie doch bitte rein, Marvin, sagte eine andere Stimme. Arthur sah Ford an und bemerkte überrascht, dass er lachte. Ähm, was ist, schsch, sagte Ford, los, komm rein. Er ging in die Kommandozentrale. Arthur folgte ihm nervös und sah zu seiner Verwunderung einen Mann mit den Füßen auf einem Schaltpult sich in einem Sessel fläzen und sich mit der linken in den Zähnen seines rechten Kopfes rumstochern. Der rechte Kopf war von dieser Tätigkeit offenbar total in Anspruch genommen, aber der linke Kopf sah ihn mit einem breiten, entspannten, nonchalanten Grinsen entgegen. Die Menge der Dinge, die Arthur sah und partout nicht glauben konnte, war verdammt groß. Ihm klappte für eine Weile einfach der Kiefer runter. Der sonderbare Mann winkte vor Träger einen Gruß und sagte mit furchtbar geheuchelter Lässigkeit, Hallo, Ford, wie geht's? Schön, dass du mal reinschneißt. Ford ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Zephet, flötete er. Schön, dich zu sehen. Gut, siehst du aus. Ach, der extra Arm. Steht dir fantastisch. Nettes Schiffchen hast du dir da geklaut. Arthur glotzte ihn verblüfft an. Willst du damit sagen, dass du diesen Burschen da kennst? sagte er und fuchtelte wie verrückt mit dem Finger zu Zephet rüber. Kennen? Er ist... Er unterbrach sich und beschloss, die Vorstellung andersherum zu beginnen. Ach, Zephet, okay, das hier ist mein Freund Arthur Dent, sagte er. Ich habe ihn gerettet, als er im Planet in die Luft ging. Na klar, sagte Zephet. Hallo, Arthur. Schön, dass Sie es geschafft haben. Auch sein rechter Kopf wandte sich Arthur gleichgültig zu, sagte Hallo und ließ sich weiter in den Zähnen herumstochern. Und das hier, Arthur, redete Ford weiter, ist mein Halbcousin. Zephet, B., wir kennen uns, sagte Arthur schroff. Wenn man mit seinem Auto auf der Überholspur langfährt, lässig an ein paar mühsam schnaufenden Wagen vorbeizieht und so richtig mit sich zufrieden ist. Und wenn man dann aus Versehen aus dem vierten den ersten statt in den dritten runterschaltet und der Motor in einem einzigen grauenhaften Klump aus der Kühlerhaube fliegt, dann wird man wahrscheinlich ähnlich verdutzt aus der Wäsche gucken wie Ford jetzt, als er Arthurs Bemerkung hörte. Äh, bitte? sagte er. Ich sagte, wir kennen uns. Zephet fuhr überrascht und verlegen auf und stach sich mit dem Zahnstocher in seinen rechten Gaumen. Hä? Äh, wirklich? Äh, 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 mit wütend blitzenden Augen fuhr Ford Arthur über den Mund. Jetzt, wo er sich wieder auf heimischem Boden fühlte, ärgerte er sich plötzlich darüber, dass er sich diesen ahnungslosen Primitivling aufgeladen hatte, der über die Angelegenheiten der Galaxis so viel wusste wie eine Stechmücke aus Ilfurt über das Leben in Peking. Was soll das heißen? Du kennst ihn, forschte er. Das hier ist Zephet Bibelbrox von B.T.G.S. 5, kapiert? Nicht irgend so ein saublöder Martin Smith aus Croydon? Ist mir Schnuppe, sagte Arthur frostig. Wir kennen uns, stimmt's? Zephet Bibelbrox? Oder soll ich lieber Phil zu Ihnen sagen? Was? rief Ford aus. Da müssen Sie mir schon auf die Sprünge helfen, sagte Zephet. Ich habe ein schrecklich schlechtes Atemgedächtnis. Es war auf einer Party, hakte Arthur nach. Ach ja, na, das bezweifle ich, sagte Zephet. Reiß dich bitte zusammen, Arthur, verlangte Ford. Arthur ließ sich nicht kirre machen. Auf einer Party vor sechs Monaten? Auf der Erde? In England? Zephet schüttelte verkniffend lächelnd den linken Kopf. London? beharrte Arthur. Islington? Ach so, sagte Zephet mit schuldbewusstem Erschrecken. Diese Party. Ford gegenüber war das nicht sehr fair. Der guckte zwischen Arthur und Zephet hin und her. Was? sagte er zu Zephet. Du willst mir doch wohl hoffentlich nichts sagen. Du hättest dich auf diesem mistigen kleinen Planeten rumgetrieben. Nein, natürlich nicht, sagte Zephet lebhaft. Schön, ich habe vielleicht mal kurz so beigeschaut. Nicht wahr? Als ich woanders hin wollte. Mann, ich habe da 15 Jahre festgesessen. Tja, das wusste ich doch nicht. Was hast du denn da gemacht? Ach, mich halt mehr ein bisschen unterhalten, nicht? Er platzte uneingeladen in eine Party rein, sagte Arthur zitternd vor Wut. Ein Kostümfest war's. Na, das muss das ja wohl sein, oder? sagte Ford. Auf diesem Fest, fuhr Arthur hartnäckig vor, war ein Mädchen. Ach, was soll's, jetzt ist ja sowieso schon egal. Der ganze Krempel hat sich ja eh in Rauch aufgelöst. Vielleicht hörst du bald mal auf, ewig über deinen verdammten Planeten zu flennen, sagte Ford. Wer war denn die Lady? Och, halt jemand. Ach, okay, ich kam nicht richtig an sie ran. Ich hab's den ganzen Abend probiert. Verdammt noch mal, sie hatte einfach eben irgendwas. Schön war sie, charmant, zum verrückt werden intelligent. Endlich hatte ich sie ein bisschen für mich und setzte ihr gerade mit einer kleinen Plauderei zu. Da kreuzt dein Freund hier auf und sagt, Hey Puppe, langweilt der Typ dich nicht? Warum unterhältst du dich nicht lieber mit mir? Ich bin von einem anderen Stern. Ich hab sie nie wieder gesehen. Seffert? Rief Ford aus. Ja, sagte Arthur, starrte ihn an und versuchte, sich nicht dämlich vorzukommen. Er hatte bloß zwei Arme und einen Kopf und nannte sich Phil, aber... Aber du musst doch zugeben, er war wirklich von einem anderen Stern, sagte Trillian, die plötzlich auf der anderen Seite der Kommandozentrale ins Blickfeld spazierte. Sie warf Arthur einen freundlichen Blick zu, der ihn wie eine Tonne Backsteine traf, dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder den Kontrollinstrumenten des Raumschiffs zu. Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen, dann krochen aus dem heillosen Kuddelmuddel, das Arthurs Hirn darstellte, ein paar Worte hervor. Trisha McMillan? Sagte er. Was machst du denn hier? Dasselbe wie du, sagte sie. Ich bin getrampt. Was sollte ich mit dem Doktor in Mathe und einem in Astrophysik denn schließlich sonst tun? Es gab nur das, oder aber mich jeden Montag nach Arbeitslosenunterstützung anstellen? Unendlich minus eins, schnatterte der Computer. Unwahrscheinlichkeit erreicht. Zephet sah sich um, sah fortan, dann Arthur und dann Trillian. Trillian, sagte er. Passiert sowas jedes Mal, wenn wir den Unwahrscheinlichkeits-Drive einschalten? Sehr wahrscheinlich, fürchte ich, sagte sie. Kapitel 14 Lautlos floh die Herz aus Gold durch die Nacht des Universums davon, nun mit dem konventionellen Photon-Drive. Ihrer vierköpfigen Besatzung war der Gedanke gar nicht recht, dass sie weder aus freiem Willen noch einfach durch Zufall, sondern aufgrund einer sonderbaren Verirrung der Physik zusammengetroffen war, so als reagierten die Beziehungen unter Menschen auf dieselben Gesetze wie die Beziehung zwischen Atomen und Molekülen. Als die künstliche Nacht des Raumschiffs hereinbrach, zogen sich alle in ihre Kabinen zurück und versuchten, Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. Trillian konnte nicht schlafen. Sie saß auf der Couch und starrte einen kleinen Käfig an, der ihre letzte und einzige Verbindung zur Erde enthielt. Zwei weiße Mäuse, auf deren Mitnahme sie Zephet gegenüber bestanden hatte. Sie hatte fest damit gerechnet, den Planeten niemals wiederzusehen, aber ihre Erschütterung über die Nachricht von seiner Zerstörung beunruhigte sie doch sehr. Er schien ihr so weit entfernt und unwirklich, und sie konnte sich mit keinem Gedanken auf ihn einstellen. Sie sah zu, wie die Mäuse im Käfig herumhuschten und aufgeregt in ihren kleinen Plastik-Tretmühlen rumtrippelten, bis sie ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Sie schüttelte sich plötzlich und ging wieder in die Kommandozentrale zurück, um die winzigen, blinkenden Lichter und Zahlen zu beobachten, die den Weg des Raumschiffs durch die Leere des Universums anzeigten. Nur zu gern hätte sie gewusst, was es eigentlich war, worüber sie die ganze Zeit nicht nachzudenken versuchte. Zephet konnte nicht schlafen. Auch er hätte gern gewusst, was es eigentlich war, worüber er einfach nicht nachdenken wollte, denn soweit er zurückdenken konnte, hatte er unter dem unbestimmten und quälenden Gefühl gelitten, nicht ganz dicht im Oberstübchen zu sein. Meistens gelang es ihm, diesen Gedanken zu verdrängen und sich weiter keine Sorgen darum zu machen, aber durch das plötzliche und unerwartete Auftauchen von Ford Prefect und Arthur Dent war der Gedanke wieder zu neuem Leben erwacht. Irgendwie passte er ganz offensichtlich in ein Muster, das ihm verborgen blieb. Ford konnte nicht schlafen. Ihn nahm viel zu sehr mit, dass er endlich wieder on the road war. 15 Jahre, die er praktisch im Gefängnis zugebracht hatte, waren vorbei und das in einem Augenblick, wo er schließlich begonnen hatte, alle Hoffnung aufzugeben. Sich ein bisschen mit Zephet rumzutreiben, versprach eine Menge Spaß, obwohl an seinem Halbcousin offenbar irgendwas ein bisschen seltsam war. Bloß konnte er nicht sagen, was. Dass Zephet Präsident der Galaxis geworden war, kam ihm offengesagt genauso erstaunlich vor, wie die Art und Weise, wie er diesen Posten wieder verlassen hatte. Ob da wohl irgendein Grund dahinter steckte? Es wäre natürlich zwecklos, Zephet selbst danach zu fragen. Der hatte anscheinend für nichts, was er tat, einen Grund. Der hatte die Unergründlichkeit zur Kunst erhoben. Er ging alles im Leben mit einer Mischung aus enormer Begabung und naiver Unfähigkeit an und es war oft schwer zu sagen, was es nun war. Arthur schlief. Er war furchtbar müde. Es klopfte an Zephets Tür. Sie glitt auf. Zephet? Ja? Trillion war als Silhouette in dem Licht oval zu erkennen. Ich glaube, wir haben eben gefunden, wonach du suchen wolltest. Was? Wirklich? Ford gab den Versuch auf, doch noch einzuschlafen. In einer Ecke seiner Kabine stand ein kleiner Computer mit Bildschirm und Tastatur. Er setzte sich einen Moment lang an ihn und versuchte für den Anhalter einen neuen Artikel über das Thema Vogon zustande zu bringen. Es fiel ihm aber nichts ein, was ihm bissig genug war, also gab er es auf, wickelte sich in seinen Mantel und spazierte rüber in die Kommandozentrale. Beim Reinkommen sah er zu seinem Erstaunen, wie sich zwei aufgeregte Gestalten über die Instrumente beugten. Siehst du, unser Raumschiff schwenkt in eine Umlaufbahn ein, sagte Trillion. Dort gibt es einen Planeten, an exakt den Koordinaten, die du vorausgesagt hast. Zephet hörte ein Geräusch und sah auf. Ford, flüsterte er, hey, komm mal her und sieh dir das mal an. Ford ging hin und sah sich das mal an. Es handelte sich um eine Reihe von Zahlen, die über den Bildschirm flimmerten. Erkennst du die galaktischen Koordinaten dort wieder? fragte Zephet. Nein. Ich mach's dir ein bisschen leichter. Computer? Hallo, Freunde! plapperte der Computer begeistert los. Das wird ja richtig gemütlich hier, was? Schnauze, sagte Zephet und schallte die Monitore ein. Das Licht in der Kommandozentrale wurde dunkler. Winzige Lichtpünktchen hüpften über die Schaltpulte und spiegelten sich in den vier Augenpaaren, die zu den Außenmonitoren hochstarrten. Es war absolut nichts auf ihnen zu sehen. Erkennst du das? flüsterte Zephet. Ford runzelte die Stirn. Nein, sagte er. Was siehst du? Nichts. Erkennst du es also? Wovon redest du eigentlich? Wir befinden uns mitten im Pferdekopfnebel, einer einzigen, gewaltigen, dunklen Wolke. Und die soll ich auf dem leeren Bildschirm erkennen? Ein dunkler Nebel? Ist der einzige Ort in der ganzen Galaxis, wo man einen leeren Bildschirm sieht. Na, herrlich. Zephet lachte. Er war offensichtlich über irgendwas total aus dem Häuschen, beinahe wie ein kleines Kind. Mann, das ist ja wirklich irre. Das ist ja einfach nicht zu glauben. Was ist denn so irre daran, dass wir in einer Staubwolke festhingen? Fragte Ford. Was würdest du meinen, was man hier so finden kann? Nichts. Keine Sterne? Keine Planeten? Nein. Computer? Rief Zephet. Dreh doch mal den Sichtwinkel um 180 Grad. Aber halt dabei die Klappe. Einen Augenblick lang hatte es den Anschein, als passiere gar nichts. Dann glühte etwas Helles in einer Ecke des riesigen Bildschirms auf. Ein roter Stern von der Größe eines kleineren Planeten kroch über den Monitor weg, rasch gefolgt von einem zweiten, ein Doppelsystem. Dann erschien ein riesiger Halbmond in der Ecke des Bildes, ein rotes Gleißen, das sich in tiefer Dunkelheit verlor, der Nachtseite des Planeten. Ich habe ihn gefunden, schrie Zephet und hämmerte auf das Schaltpult. Haha, ich habe ihn gefunden. Ford starrte verblüfft auf den Monitor. Was ist das denn? Fragte er. Das, sagte Zephet, ist der unwahrscheinlichste Planet, den es je gab. Kapitel 15 Auszug aus dem Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis, Seite 634.784, Abschnitt 5a, Stichwort Magrathäer. In grauer Vorzeit, in jenen großen und ruhmreichen Tagen des ehemaligen galaktischen Imperiums, war das Leben noch abenteuerlich, ereignisreich und im Großen und Ganzen steuerfrei. Da kurften gewaltige Sternenschiffe auf der Suche nach Heldentaten und Reichtümern zwischen exotischen Sonnen in den entlegensten Gegenden des galaktischen Raums herum. In diesen Tagen war der Mut noch ungebrochen, war das Risiko noch hoch, waren Männer noch richtige Männer, Frauen noch richtige Frauen und kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri noch richtige kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri. Und alle wagten es noch, auch unbekannten Schrecken trotzig die Stirn zu bieten, große Taten zu vollbringen und Subjekt und Objekt durch lange und komplizierte Satzkonstruktionen so weit voneinander zu trennen, wie das noch niemand zuvor getan hatte. Und so wuchs das Imperium zu seiner Größe heran. Viele Leute wurden natürlich ungeheuer reich, aber das war völlig selbstverständlich und nichts, weswegen man sich hätte schämen müssen, denn niemand war wirklich arm, zumindest niemand, der der Erwähnung wert gewesen wäre. Doch für diese ungeheuer reichen und erfolgreichen Kaufleute wurde das Leben allmählich notgedrungen, ziemlich langweilig und fad und die Schuld daran schoben sie nach und nach jenen Welten zu, auf denen sie sich niedergelassen hatten. Keine stellte sie mehr ganz zufrieden, entweder war das Klima am späteren Nachmittag nicht ganz so, wie es sein sollte, oder der Tag war eine halbe Stunde zu lang oder das Meer hatte einfach nicht das richtige Rosa. Und so entstanden die Voraussetzungen für einen fantastischen neuen Industriezweig, die Anfertigung von Luxusplaneten nach individuellen Sonderwünschen. Zu Hause war diese Industrie auf dem Planeten Magrathäer, wo Hyperraumingenieure durch weiße Löcher im All Materia ansaugten und sie in liebevoll gestaltete Traumplaneten verwandelten, Goldplaneten, Platinplaneten, Weichgummiplaneten mit Massen von Erdbeben, die selbst den verwöhntesten Ansprüchen der reichsten Männer der Galaxis genügten. Und dieses Unternehmen war so erfolgreich, dass Magrathäer sehr bald der reichste Planet aller Zeiten wurde, die übrige Galaxis aber in äußerster Armut versank. So brach das ganze System zusammen, das Imperium zerfiel und ein langes, verstocktes Schweigen breitete sich über eine Billion hungerleidende Welten aus, das nur vom Federgekratze der Gelehrten gestört wurde, die bis tief in die Nacht an pedantischen Traktätchen über den Sinn und Wert politischer Planwirtschaft herumformulierten. Magrathäer selbst verschwand aus dem Gedächtnis und die Erinnerung an diesen Planeten tauchte bald ins Dunkel der Legende. Und in diesen aufgeklärten Zeiten jetzt glaubt natürlich niemand mehr auch nur ein Wort von alledem. Kapitel 16 Arthur wurde durch lautes Streiten geweckt und ging zur Kommandozentrale. Ford fuchtelte mit den Armen in der Luft herum. Du bist ja verrückt, Seffert, sagte er gerade. Magrathäer ist eine Sage, ein Märchen, eine Geschichte, die Eltern abends ihren Kindern erzählen, wenn sie wollen, dass sie später Volkswirte werden. Eine, wir befinden uns bereits in seiner Umlaufbahn, sagte Seffert eigensinnig. Seffert, ich habe keine Ahnung, in welcher Umlaufbahn du dich im Augenblick befindest, sagte Ford. Aber dieses Raumschiff... Computer, schrie Seffert. Oh nein, bitte nicht. Hallo Freunde! Hier spricht Eddie, euer Bordcomputer. Mir geht es fantastisch, Leute. Und ich weiß, ich werde auch jede Menge Spaß an all den Programmen haben, mit denen ihr mich netterweise füttert. Arthur warf Trillian einen fragenden Blick zu. Computer, sagte Seffert, sag uns nochmal unsere augenblickliche Flugbahn. Aber mit Vergnügen, Kumpel, gluckerte er, wir befinden uns in einer Höhe von 300 Meilen in einer Umlaufbahn um den sagenhaften Planeten Magrathäa. Das beweist doch gar nichts, sagte Ford. Diesem Computer würde ich nicht mal zutrauen, dass er mir mein Gewicht richtig sagt. Kann ich sofort für dich erledigen, klar, begeisterte sich der Computer und spuckte noch mehr Lochstreifen aus. Ich kann dir deine persönlichen Probleme auf zehn Stellen hinter dem Komma ausrechnen, wenn dir das was hilft. Trillian unterbrach ihn. Seffert, sagte sie, jeden Moment fliegen wir auf die Tageslichtseite des Planeten und setzte ihn zu. Oder, als was er sich nun entpuppt. Na na, was soll das denn jetzt heißen? Der Planet ist doch genau dort, wo ich ihn vorausberechnet habe, oder? Ja, ich weiß, dass hier ein Planet ist. Darüber will ich ja mit niemandem streiten. Nur könnte ich Magrathäa halt absolut von keinem anderen kalten Felsklumpen unterscheiden. Die Morgendämmerung bricht an, wenn man so will. Okay, okay, murmelte Seffert. Lass uns doch wenigstens den Anblick genießen. Computer? Hallo, Freunde, was kann ich die Klappe halten und uns nochmal den Planeten zeigen? Eine dunkle, formlose Masse füllte von Neuem die Monitore. Der Planet, der unter ihnen wegrollte. Sie sahen einen Augenblick lang schweigend zu, aber Seffert platzte bald vor Aufregung. Wir überfliegen jetzt in der Nachtseite, sagte er flüsternd. Der Planet drehte sich weiter. Magrathäa ist jetzt 300 Meilen unter uns, fuhr er fort. Er versuchte, diesem Augenblick Feierlichkeit zu verleihen, denn er war der Meinung, das sei eigentlich ein großer Augenblick. Magrathäa! Er war über Fords skeptische Reaktion verärgert. Magrathäa! In wenigen Sekunden, fuhr er fort, müssten wir sehen, wie... Da! Der Anblick sprach für sich. Selbst der abgebrüteste Sternentramper kann sich angesichts des spektakulären Schauspiel eines Sonnenaufgangs im All ein Zittern nicht verkneifen. Aber ein Doppelsonnenaufgang ist einfach eins der großen Wunder der Galaxis. Aus der absoluten Schwärze stach plötzlich ein greller Lichtpunkt hervor. Er kroch ganz langsam höher und breitete sich seitlich in einem schmalen Halbkreis aus und innerhalb von Sekunden tauchten zwei Sonnen auf, Schmelzöfen des Lichts, die den schwarzen Saum des Horizonts mit weißem Feuer versenkten. Grellfarbige Strahlen schossen durch die dünne Atmosphäre unter ihnen. Die Feuer der Morgendämmerung, flüsterte Seffert atemlos, die Doppelsonnen Sollianis und Rahm. Oder was auch immer, sagte Ford ruhig. Solianis und Rahm, beharrte Seffert. Die Sonnen strahlten in die Tiefe des Universums und leise, geisterhafte Musik klang durch die Kommandozentrale. Marvin summte hämisch vor sich hin, weil er diese Leute so sehr hasste. Während Ford auf das Lichterspektakel vor ihnen starrte, glühte er vor Erregung, doch nur vor Erregung, einen seltsamen neuen Planeten zu sehen. Es genügte ihm, ihn so zu sehen, wie er war. Es ärgerte ihn ein bisschen, dass Seffert dem Ganzen unbedingt irgendwelche lächerlichen Hirngespinste aufpropfen musste, um was davon zu haben. Dieser ganze Magrathäer-Schwachsinn kam ihm einfach kindisch vor. Genügte es denn nicht zu sehen, dass ein Garten schön ist, ohne dass man unbedingt auch glauben muss, dass Feen darin hausen? Arthur kam diese ganze Geschichte mit Magrathäer vollkommen unbegreiflich vor. Er schlich sich zu Trillion rüber und fragte sie, was los sei. Ich weiß nur, was Seffert mir erzählt hat, flüsterte sie. Offensichtlich ist Magrathäer irgend sowas wie eine Legende aus grauer Vorzeit, an die niemand im Ernst wirklich glaubt. Ungefähr wie Atlantis auf der Erde, außer dass es in der Legende heißt, die Magrathäer hätten Planeten gebaut. Arthur blinzelte zu den Monitoren rüber und hatte das Gefühl, ihm fehle was Wichtiges. Plötzlich war ihm klar, was das war. Ob es in diesem Raumschiff wohl irgendwo Tee gibt? Fragte er. Immer mehr von dem Planeten unter ihnen kam zum Vorschein, während die Herz aus Gold auf ihrer Umlaufbahn dahinschoss. Die Sonnen standen mittlerweile hoch am schwarzen Himmel, das Feuerwerk der Morgendämmerung war vorbei und die Oberfläche des Planeten erschien im normalen Licht des Tages öde und abstoßend, grau, staubig und mit nur verschwommenen Konturen. Sie wirkte tot und kalt wie eine Gruft. Ab und zu tauchten verheißungsvolle Umrisse am fernen Horizont auf, Schluchten, vielleicht Berge, vielleicht sogar Städte. Doch wenn sie näher kamen, verschwammen die Linien, lösten sich auf und bedeuteten nichts mehr. Die Oberfläche des Planeten war von der Zeit der langsamen Bewegung der dünnstickigen Luft, die Jahrhundert um Jahrhundert über den Planeten hinweggekrochen war, eingeebnet worden. Offensichtlich war er sehr, sehr alt. Ein kurzer Zweifel überfiel Ford, während er beobachtete, wie die graue Landschaft unter ihnen vorbeizog. Die Unermesslichkeit der Zeit ängstigte ihn, er spürte ihre Gegenwart. Er räusperte sich. Also, mal vorausgesetzt, er ist. Er ist es, sagte Seffert. Was er nicht ist, sagte Ford. Was wüsst du überhaupt auf ihm? Dort gibt's doch nichts. Nichts auf der Oberfläche, sagte Seffert. Na schön, na schön. Setz mir mal voraus, da ist was. Ich nehme an, du bist nicht hier, um irgendwelche antiken Fabriken auszumuddeln, ha? Hinter was bist du her? Einer von Sefferts Köpfen sah weg. Der andere drehte sich um, weil er sehen wollte, wohin der andere guckte, aber der sah sich nichts Bestimmtes an. Nun, sagte Seffert geziert, Teils ist es Neugier, teils Abenteuerlust, aber vor allem sind es wohl Ruhm und Gold. Ford warf ihm einen kurzen, prüfenden Blick zu. Er hatte sehr stark den Eindruck, dass Seffert nicht die geringste Ahnung hatte, warum er überhaupt hier war. Wisst ihr, der Anblick dieses Planeten gefällt mir ganz und gar nicht, sagte Trillian zitternd. Ach, darüber musst du einfach hinwegsehen, sagte Seffert. Schon mit der Hälfte der Schätze des ehemaligen galaktischen Imperiums, die irgendwo auf ihm gehortet liegen, kann er es sich leisten, scherbig auszusehen. Quatsch, dachte Ford. Selbst mal angenommen, dies war die Heimat irgendeiner antiken Zivilisation, die inzwischen vergangen war, selbst mal eine Reihe äußerst unwahrscheinlicher Dinge vorausgesetzt, auf gar keinen Fall konnten dort irgendwo riesige Schätze gehortet liegen, die irgendwie immer noch einen Sinn hätten. Er zuckte die Achseln. Ich glaube, das ist einfach nur ein toter Planet, sagte er. Die Spannung bringt mich noch um, sagte Arthur gereizt. Stress und nervöse Spannung sind jetzt in allen Gegenden der Galaxis ernsthafte soziale Probleme. Und damit diese Situation nicht noch weiter verschärft wird, sollen die folgenden Tatsachen schon im Voraus verraten werden. Der fragliche Planet ist tatsächlich das sagenhafte Magratheer. Der tödliche Raketenangriff, der in Kürze von einem uralten automatischen Verteidigungssystem ausgehen wird, hat lediglich zur Folge, dass drei Kaffeetassen und ein Mäusekäfig zu Bruch gehen, dass sich jemand eine Prellung am Oberarm zuzieht und dass zu unpassender Zeit und am unpassenden Ort ein Petunientopf und ein unschuldiger Pottwall entstehen und ganz plötzlich auch wieder hinscheiden müssen. Damit aber ein bisschen Spannung erhalten bleibt, wird jetzt noch nicht verraten, wer sich den Oberarm prellen wird. Dieser Umstand kann getrost zum Spannungselement erhoben werden, zumal er nicht die geringste Bedeutung hat. Kapitel 17 Nach einem ziemlich zitterigen Start in den neuen Tag war Arthur auf dem besten Weg, sich aus dem Scherbenhaufen wieder hochzurappeln, indem der vorhergehende Tag ihn hatte hocken lassen. Er hatte eine Nutrimatik-Maschine gefunden, die ihm eine Plastiktasse mit einer Flüssigkeit verabreichte, die ein bisschen, aber eben nicht ganz anders als Tee schmeckte. Es war sehr interessant, wie die Maschine funktionierte. Wenn man auf einen Drink-Knopf drückte, nahm sie sofort eine kurze, wenn auch äußerst sorgfältige Untersuchung der Geschmacksknospen der betreffenden Person und eine spektroskopische Analyse ihres Stoffwechsels vor und schickte dann über die Nervenbahnen des betreffenden winzige Testsignale an die Geschmackszentren im Gehirn, um festzustellen, was ihm wohl am ehesten schmecken würde. Es wusste aber niemand so recht, warum sie das tat, denn sie rückte so oder so eine Tasse mit einer Flüssigkeit heraus, die ein bisschen, aber eben nicht ganz anders als Tee schmeckte. Entwickelt und hergestellt wurde die Nutrimatik von der Sirius-Kybernetik-Corporation, deren Beschwerdeabteilung heute alle größeren zusammenhängenden Landmassen der ersten drei Planeten im Sirius-Tau-Sternensystem einnimmt. Arthur trank die Flüssigkeit und fand sie erfrischend. Er guckte wieder zu den Monitoren hoch und sah ein paar weitere hundert Meilen ödes Grau vorbeiziehen. Plötzlich fiel ihm ein, dass er eine Frage stellen wollte, die ihn die ganze Zeit beunruhigt hatte. Ist dieser Planet auch nicht gefährlich? fragte er. Magratheer ist schon seit fünf Millionen Jahren tot, sagte Seffert. Natürlich ist er völlig ungefährlich. Sogar seine Gespenster haben sich mittlerweile bestimmt zur Ruhe gesetzt und Familien gegründet. Worauf plötzlich ein merkwürdiger, völlig unerklärlicher Ton durch die Kommandozentrale zitterte, wie der Klang einer fernen Fanfare, ein hohler, schriller, wesenloser Ton. Ihm folgte eine ebenso hohle, schrille, wesenlose Stimme. Die Stimme sagte, seid mir gegrüßt. Irgendjemand von dem toten Planeten sprach zu ihnen. Computer, rief Seffert. Hallo Freunde! Was bei allen Photonen ist das da? Och, bloß irgend so ein fünf Millionen Jahre altes Tonband, das uns überspielt wird. Ein was? Ein Tonband? Sch, 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 sagte Ford. Er spricht schon wieder. Die Stimme hörte sich alt, höflich, beinahe liebenswürdig an, hatte aber einen deutlich drohenden Unterton. Diese Ansage erfolgt vom Band, sagte sie. Im Augenblick ist leider niemand von uns zu erreichen. Die Handelskammer von Magrathäa dankt für ihren geschätzten Besuch. Eine Stimme aus dem antiken Magrathäa, rief Seffert. Okay, okay, sagte Ford. Bedauert jedoch, fuhr die Stimme fort, ihnen mitteilen zu müssen, dass der gesamte Planet zurzeit seine Geschäfte eingestellt hat. Wir danken ihnen. Wenn sie freundlicherweise ihren Namen und die Koordinaten eines Planeten hinterlassen wollen, auf dem wir sie erreichen können, sprechen sie bitte nach dem Pfeifton. Es folgte ein kurzer Piepton, dann war es still. Sie wollen uns unbedingt loswerden, sagte Trillian nervös. Was sollen wir machen? Das ist doch bloß ein Tonband, sagte Seffert. Wir machen weiter. Kapiert? Computer? Kapiert, sagte der Computer und gab dem Raumschiff einen Zacken mehr drauf. Sie warteten. Nach ein paar Sekunden war die Fanfare wieder zu hören, dann die Stimme. Wir möchten ihnen versichern, dass sofort nach Wiederaufnahme unserer Geschäfte unsere verehrte Kundschaft in allen wichtigen Modejournalen und Farbbeilagen darauf aufmerksam gemacht wird, dass sie wieder Gelegenheit hat, aus dem Allerbesten unserer Kollektion zeitgenössischer Geografie ihre Wahl zu treffen. Der drohende Unterton in der Stimme wurde schärfer. Bis dahin danken wir unserer verehrten Kundschaft für ihr freundliches Interesse und bitten sie, uns zu verlassen. Und zwar sofort. Arthur sah sich unter den besorgten Gesicht an seiner Gefährten um. Also, ich glaube, wir verduften lieber was, schlug er vor. Sch, sch, sagte Seffert, es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Und warum sind dann alle so angespannt? Sie wollen eben wissen, was los ist, schrie Seffert. Computer, fang mit dem Abstieg in die Atmosphäre an und bereite die Landung vor. Diesmal hörte sich die Fanfare ziemlich schwunglos an, aber die Stimme klang jetzt ausgesprochen frostig. Es ist äußerst schmeichelhaft, sagte sie, dass ihre Begeisterung für unseren Planeten so unvermindert anhält. Deshalb möchten wir ihnen versichern, dass die Lenkraketen, die sich in diesem Augenblick ihrem Raumschiff nähern, nur Teil unseres Sonderservices sind, den wir unseren begeisterten Kunden zuteilwerden lassen. Und dass die entsicherten Atomsprengköpfe natürlich bloß eine kleine Geste der Höflichkeit darstellen, wir würden uns freuen, sie als Kunden im nächsten Leben begrüßen zu können. Vielen Dank. Die Stimme schaltete sich ab. Oh, sagte Trillian. Äh, sagte Arthur. Und jetzt? sagte Ford. Hört mal, sagte Seffert. Wann begreift ihr das endlich? Das ist bloß ein Tonband, das Millionen von Jahren alt. Es richtet sich nicht an uns, kapiert. Und was? sagte Trillian ganz ruhig. Ist mit den Raketen? Raketen? Macht dich nicht lächerlich. Ford tippte Seffert auf die Schulter und zeigte auf den Heckmonitor. In der Ferne hinter ihn stiegen deutlich erkennbar zwei silberne Pfeile durch die Atmosphäre in Richtung Raumschiff auf. Ein rascher Wechsel in der Vergrößerung zeigte sie nah und scharf. Zwei erschreckend echte Raketen, die durch den Himmel donnerten. Dass sie so plötzlich da waren, wirkte wie ein Schock. Ich glaube, sie versuchen sehr wohl, sich an uns zu richten, sagte Ford. Seffert starrte sie verdutzt an. Mann, das ist ja irre, sagte er. Irgendjemand da unten versucht uns umzubringen. Grauenhaft, sagte Arthur. Kapiert ihr denn nicht, was das heißt? Klar, wir werden sterben. Jaja, aber davon abgesehen. Davon abgesehen? Das heißt doch, wir müssen auf irgendwas gestoßen sein. Wie schnell kommen wir hier weg? Mit jeder Sekunde wurde das Bild der Raketen auf dem Monitor größer. Sie waren jetzt auf direkten Zielflug eingeschwenkt, sodass man von ihnen nur noch die Sprengköpfe sah. Kopf voran. Nur mal Interesse halber, sagte Trillian. Was machen wir jetzt? Einfach cool bleiben, sagte Seffert. Ist das alles? schrie Arthur. Nein, wir machen außerdem ein paar Ausweichmanöver, sagte Seffert mit einem plötzlichen Anflug von Panik. Computer, welche Ausweichmanöver können wir machen? Äh, Leute, ich fürchte, gar keine, sagte der Computer. Oder was anderes, sagte Seffert. Äh, sagte er. Ich glaube, in meinem Steuerungssystem klemmt was, verkündete fröhlich der Computer. Einschlag in 45 Sekunden. Sag doch bitte Eddie zu mir, wenn es euch beruhigt. Seffert versuchte, in mehrere gleicherweise entscheidende Richtungen gleichzeitig zu rennen. Ganz recht, sagte er. Wir müssen das Schiff auf Handsteuerung umstellen. Kannst du es denn fliegen? fragte Fort erfreut. Nein, du? Nein. Trillian, du? Nein. Na schön, sagte Seffert erleichtert. Dann machen wir es eben alle zusammen. Ich kann's auch nicht, sagte Arthur, der es an der Zeit fand, sich bemerkbar zu machen. Das hatte ich mir schon gedacht, sagte Seffert. Okay, Computer, ab sofort. Volle Handsteuerung. Bitte sehr, sagte der Computer. Mehrere gewaltige Schaltpulte Ford hechtete an die Steuerinstrumente, nur wenige kamen ihm irgendwie bekannt vor, darum bediente er sie. Das Raumschiff bebte und ächzte, als die Steuerraketen es in alle Richtungen gleichzeitig zu schießen versuchten. Er ließ die Hälfte der Instrumente los und das Raumschiff jagte in einer scharfen Kurve herum und fegte in die gleiche Richtung davon, aus der es gekommen war, genau auf die Raketen zu. Luftkissen knallten aus den Wänden, als die vier dagegen geschleudert wurden. Ein paar Sekunden lang drückte sie die Fliehkraft platt und nahm ihnen den Atem, sodass sie sich nicht bewegen konnten. Seffert kämpfte mit rasender Verzweiflung dagegen an und schaffte es schließlich, einem kleinen Hebel, der zum Steuerungssystem gehörte, einen Tritt zu versetzen. Der Hebel brach ab. Das Schiff machte eine scharfe Drehung und schoss nach oben. Die Besatzung fetzte es quer durch die Kabine nach hinten. Vororts Reiseführer, per Anhalter durch die Galaxis, flog in eine Ecke des Schaltpults. Mit dem Resultat, dass er erstens jedem, der es hören wollte, erklärte, wie man am geschicktesten antarische Sittichdrüsen aus Antares rausschmuggelt. Eine antarische Sittichdrüse auf ein Hölzchen gespießt, ist eine ekelhafte, aber äußerst begehrte Cocktail-Delikatesse, für die steinreiche Idioten Unsummen bezahlen. Um andere steinreiche Idioten zu beeindrucken. Und zweitens fiel das Raumschiff plötzlich wie ein Stein vom Himmel. Ungefähr in diesem Augenblick geschah es natürlich, dass sich einer von der Besatzung eine böse Prellung am Oberarm zuzog. Das sollte man besonders hervorheben, denn wie wir ja bereits verraten haben, kommen unsere Freunde ansonsten ohne den geringsten Schaden davon. Und auch die tödlichen Atomraketen treffen nicht etwa schließlich doch noch das Raumschiff. Die Sicherheit der Besatzung der Herz aus Gold ist absolut gewährleistet. Ein Schlag in 20 Sekunden, Jungs, sagte der Computer. Dann stell doch die verdammten Triebwerke wieder an, schnauzte Seffert. Aber selbstverständlich, Leute, sagte der Computer. Mit einem subtilen Donner zündeten die Triebwerke. Das Raumschiff wurde sanft aus seinem Sturzflug abgefangen und sauste wieder auf die Raketen zu. Der Computer fing an zu singen. Oh Welt, ich muss dich lassen, wimmerte er nasal. Ich fahr dahin. Seffert schrie ihn an, er solle gefälligst die Klappe halten, aber seine Stimme verlor sich im Getöse dessen, was die vier völlig zu Recht für die auf sie zueilende Katastrophe hielten. Ich fahr dahin, meinen Straßen, ins Ewigvaterland, jammerte Eddie. Als das Raumschiff den Sturzflug abgefangen hatte, rauschte es mit dem Bauch nach oben weiter und da nun alle an der Kabinendecke hingen, war es ihnen natürlich auch absolut unmöglich, an die Steuerung heranzukommen. Mein Geist will ich aufgeben, sang Eddie mit Inbrunst. Die beiden Raketen, die auf das Raumschiff zudonnerten, wurden groß und bedrohlich auf den Monitoren sichtbar. Dazu mein Leib und Leben, durch einen ungewöhnlich glücklichen Zufall hatten die Raketen aber ihre Flugbahn noch nicht exakt korrigiert und schossen genau unter dem ziellos herumkurvenden Raumschiff weg. Mein Zeit ist nun vollendet. Revidierte Zeit bis zum Einschlag, 15 Sekunden, Leute. Der Tod, das Leben endet. Kreischend vollzogen die Raketen eine Kehrtwendung und gingen wieder auf Zielkurs. Das wär's dann also, sagte Arthur, der das beobachtete. Jetzt müssen wir also endgültig dran glauben, oder? Gut hättest mir einen Gefallen, wenn du endlich davon aufhören würdest, sagte Ford. Aber es stimmt doch, oder? Ja. Sterben ist mein Gewinn, sang Eddie. Da kam Arthur plötzlich ein Gedanke. Er rappelte sich hoch. Warum dreht eigentlich keiner dieses Unwahrscheinlichkeitsdingsbums an, fragte er. Da kämen wir doch wahrscheinlich ran. Was, bist du verrückt geworden, sagte Zephet. Ohne die richtige Programmierung kann alles Mögliche passieren. Macht das denn jetzt noch was aus, rief Arthur. Kein Bleiben ist auf Erden, sang Eddie. Arthur kletterte an einem der enervieren, vieleckig gestalteten Simse zwischen der Krümmung der Wand und der Decke nach oben. Das Elfge muss mir werden. Kann mir jemand sagen, warum Arthur den Unwahrscheinlichkeitsdrive nicht einschalten kann? Schrie Trillion. Mit Fried und Freude fahr ich dahin. Einschlag in fünf Sekunden. Es war nett bei euch Jungs. Gott segne. Mit Fried und Freude fahr ich dahin. Ich fragte soeben, schrie Trillion, ob mir jemand sagen kann. Was dann passierte, war eine nervenzerfetzende Explosion aus Licht und Lärm. Kapitel 18 Und was dann passierte war, dass die Herz aus Gold ihre Fahrt völlig normal, allerdings mit einer bezaubernd umdekorierten Inneneinrichtung fortsetzte. Irgendwie war sie größer geworden und in geschmackvollen grünen und blauen Pastelltönen ausgestaltet. Eine Wendeltreppe in der Mitte, die eigentlich nirgendwo hinführte, stand in einem Arrangement aus Fahnen und gelben Blumen und gleich daneben, in einem steinernen Sockel mit einer Sonnenuhr darauf, war das Hauptcomputer-Terminal untergebracht. Geschickt verteilte Lampen und Spiegel vermittelten den Eindruck, man stünde in einem Wintergarten mit Blick über einen wundervoll gepflegten Garten. Um den äußeren Rand des Wintergartens standen Marmortische auf kunstvoll geschmiedeten Eisenbeinen. Wenn man auf die polierten Oberflächen des Marmors blickte, wurden verschwommen die Umrisse der Instrumente sichtbar und wenn man sie berührte, dann materialisierten sie sich einem augenblicklich unter den Händen. Wenn man die Spiegel aus dem richtigen Winkel betrachtete, spiegelten sie alle erforderlichen Computerdaten wieder, obwohl es alles andere als klar war, woher sie sie widerspiegelten. Alles war wirklich auffallend schön. Zephyr Bibelbrox machte es sich in einem Korb-Liegestuhl bequem und fragte, was zum Teufel ist eigentlich passiert? Also ich wollte gerade sagen, sagte Arthur und regelte sich an einem kleinen Fischteich. Wir haben doch diesen Unwahrscheinlichkeits-Drive-Schalter da drüben und er wedelte zu der Stelle rüber, an der er mal gewesen war. Dort stand jetzt eine Topfpflanze. Wo sind wir denn eigentlich? fragte Ford, der auf der Wendeltreppe saß, einen herrlich kühlen, pangalaktischen Donnergurgler in der Hand. Genau wo wir waren, glaube ich, sagte Trillian, als mit einem Mal alle Spiegel um sie herum wieder die öde Landschaft Magrathias zeigten, die noch immer unter ihnen vorbeiraste. Zephyr sprang von seinem Stuhl hoch. Und was ist mit den Raketen passiert? fragte er. Ein neues und höchst erstaunliches Bild erschien in den Spiegeln. Sieht so aus, sagte Ford unsicher, als hätten sie sich in einen Petunientopf und einen Walfisch verwandelt, der sehr verdutzt aus der Wäsche guckt. Bei einem Unwahrscheinlichkeitsfaktor schaltete sich Eddie ein, der sich überhaupt nicht verändert hatte, von 1 zu 8.767.128. Zephyr starrte Arthur an. Bist du darauf gekommen, Erdling? fragte er. Naja, sagte Arthur, ich habe eigentlich bloß, das war sehr gut gedacht, ist dir das klar, den Unwahrscheinlichkeitsdrive für einen Moment lang in Gang zu setzen, ohne vorher die Kontrollmonitore einzuschalten. Mann Junge, du hast uns echt das Leben gerettet, ist dir das klar? Ach, sagte Arthur, es war doch eigentlich gar nichts. Ach nein, sagte Seffert, oh, na schön, dann vergiss es. Okay, Computer, setze zur Landung an. Aber, ich sagte, vergiss es. Eine andere Sache, die in Vergessenheit geriet, war die Tatsache, dass entgegen aller Wahrscheinlichkeit plötzlich ein paar Meilen über dem fremden Planeten ein Pottwal sein Leben begann. Und da das von Natur aus kein geeigneter Ort für einen Wal ist, hatte dieses arme Geschöpf nur sehr wenig Zeit, sich über seine Identität als Wal klar zu werden, ehe es sich darüber klar werden musste, dass es plötzlich kein Wal mehr war. Hier folgt nun eine vollständige Wiedergabe der Gedanken des Wal als von dem Augenblick, als er sein Leben begann, bis zu dem Augenblick, als es endete. Oh, was passiert denn hier? dachte er. Oh, Entschuldigung, wer bin ich? Hallo? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Was meine ich wohl mit der Frage, wer bin ich? Nur mal ruhig, nur mal ruhig. Guck erst mal, was hier überhaupt los ist. Oh, 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 das ist aber ein interessantes Gefühl. Oh, was ist das bloß? Das ist so was ähnliches wie, oh, hm, Gähnen oder Kitzeln in meiner, in meinem, also wahrscheinlich fange ich am besten erst einmal damit an, Namen für Dinge zu finden, wenn ich aufgrund von, ich nenne es mal Schlussfolgerungen, überhaupt Fortschritte in dieser, ich nenne es mal Welt machen will. Also, ich nenne es mal meinen Magen. Gut. Oh, jetzt wird es aber ziemlich heftig. Und, hä, was ist denn das für ein Pfeifen und Brausen, das an meinem, ich nenne es mal fix Kopf, vorbeifegt? Vielleicht könnte ich es, ähm, Winn nennen. Ist das ein guter Name? Fürs Erste genügt er. Vielleicht finde ich später einen besseren dafür, wenn ich weiß, wozu er überhaupt gut ist. Muss aber was verdammt Wichtiges sein, denn es gibt, scheint es ja eine irrsinnige Menge davon. Haha. Äh, was ist denn das für ein Ding? Dieser, ich nenne es mal, Schwanz. Ja, Schwanz. Ich kann damit ja wirklich ziemlich gut hin und her schlagen, was? Haha. Herrlich. Herrlich. Das fühlt sich einfach fantastisch an. Es bringt ja offenbar nicht viel, aber wahrscheinlich komme ich später noch dahinter, wozu das gut ist. Also, habe ich mir nun schon ein zusammenhängendes Bild von den Dingen gemacht? Nein. So flach, runterfallen, da runterfallen durchfuhr, oh nein, nicht schon wieder. Viele Leute vermuten, wir könnten viel größere Kenntnisse vom Wesen des Universums haben als bisher, wenn wir nur genau wüssten, warum der Petunientopf das dachte. Kapitel 19 Nehmen wir den Roboter da mit? fragte Ford und sah Marvin voll Abscheu an, der linkisch gekrümmt in der Ecke unter einer kleinen Palme stand. Seffert löste seinen Blick von den Spiegelwänden, die eine Panoramasicht der öden Landschaft boten, auf der die Herzogsgold mittlerweile gelandet war. Ach, den paranoiden Androiden da? sagte er, ja, den nehmen wir mit. Mann, was willst du denn mit einem manisch-depressiven Roboter? Ihr glaubt wohl, ihr habt Probleme, was? sagte Marvin, als redete er zu einem eben erst verschlossenen Sarg. Was würdet ihr wohl tun, wenn ihr manisch-depressive Roboter wärt? Nein, nein, versucht bloß nicht zu antworten. Ich bin 50.000 Mal intelligenter als ihr, und nicht mal ich weiß die Antwort. Ich kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich bloß versuche, mich auf euer Niveau runterzudenken. Trillion kam aus ihrer Kabine gestürzt. Meine weißen Mäuse sind ausgerückt, rief sie. Der Ausdruck tiefer Sorge und Anteilnahme zeigte sich weder auf dem einen noch auf dem anderen von Sefferts Gesichtern. Ach, zum Kuckuck mit deinen weißen Mäusen, sagte er. Trillion warf ihm einen wütenden Blick zu und verschwand wieder. Möglicherweise hätte ihre Bemerkung größere Aufmerksamkeit erregt, wenn allgemein bekannt gewesen wäre, dass die Menschen nur die drittintelligenteste Bioform auf dem Planeten Erde waren und nicht, wie von den meisten unabhängigen Beobachtern allgemein angenommen, die zweitintelligenteste. Guten Tag, liebe Kinder! Die Stimme klang seltsam vertraut, aber seltsam verändert. Sie hatte einen ungewohnt matriarchalischen Unterton und wendete sich an die vier Leute, als sie die Luftschleuse erreichten, durch die sie auf die Oberfläche des Planeten runtersteigen wollten. Sie sahen sich verwundert um. Ach, das ist Eddie, erklärte Seffert. Ich habe entdeckt, dass er eine Ersatzpersönlichkeit für den Notfall hat und die hier schien mir eventuell geeigneter zu sein. Das ist euer erster Tag auf einem neuen, fremden Planeten, redete Eddies neue Stimme weiter. Zieht euch also alle schön warm an und spielt mir nicht mit irgendwelchen ungezogenen, insektenäugigen Monstern rum. Seffert schlug ungeduldig gegen die Luke. Sorry, sagte er, aber ich glaube, mit einem Rechenschieber wären wir besser bedient. Augenblick, schnauzte der Computer. Wer hat das gesagt? Würdest du die Güte haben und die Ausstiegsluke öffnen, Computer, sagte Seffert, der versuchte, bei Laune zu bleiben. Nicht er, als bis sich der gemeldet hat, der das gesagt hat, beharrte der Computer und schaltete ein paar von seinen Synapsen ab. Oh Gott, murmelte Ford, ließ sich gegen ein Schott plumpsen und fing an, bis zehn zu zählen. Er hatte wahnsinnige Angst, dass sensible Bioformen eines Tages vergessen könnten, wie man das macht. Nur indem sie zählten, konnten die Menschen beweisen, dass sie von den Computern unabhängig waren. Na, wird's bald, sagte Eddie streng. Computer, fing Seffert an. Ich warte, fiel ihm Eddie ins Wort. Ich kann den ganzen Tag warten, wenn's sein muss. Computer, probierte Seffert es noch einmal. Er hatte die ganze Zeit nach einem Argument gesucht, mit dem er den Computer zum Schweigen bringen könnte, hatte dann aber beschlossen, sich nicht die Mühe zu machen, gegen Eddie auf dessen eigenem Terrain anzutreten. Wenn du nicht augenblicklich die Ausstiegsluke öffnest, mach ich mal eben einen Satz zu deinem Hauptdatenspeicher rüber und programmiere dich um. Und zwar mit einer sehr großen Axt, hast du verstanden? Eddie machte äußerst erschreckt eine Pause und dachte darüber nach. Ford zählte gelassen weiter. Das ist so ungefähr das Gemeinste, was man mit einem Computer machen kann. Das ist ungefähr so, als ginge man auf einen Menschen zu und sage in einem Ford Blut, 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 Blut. Schließlich sagte Eddie friedlich, wie man sieht, werden wir an unseren persönlichen Beziehungen noch sehr arbeiten müssen. Und die Luke ging auf. Ein eisiger Wind blies ihnen entgegen. Sie mummelten sich warm ein und stiegen die Rampe hinunter in den trockenen Staub Magratheas. Das wird doch alles in Tränen enden. Ich weiß das, schrie ihn Eddie nach und machte die Luke wieder zu. Auf einen Befehl hin, der ihn völlig überrumpelte, öffnete und schloss der Computer die Tür ein paar Minuten später noch einmal. Kapitel 20 Fünf Gestalten wanderten langsam über das öde Land. Zum Teil war es langweilig grau, zum Teil langweilig braun und der Rest sah eigentlich noch uninteressanter aus. Das Ganze wirkte wie ein ausgetrockneter Sumpf, dem mittlerweile der Pflanzenwuchs abhandengekommen und der mit einer zwei Finger dicken Staubschicht bedeckt war. Es herrschte eisige Kälte. Seffert war darüber unübersichtlich niedergeschlagen, er schlich sich alleine davon und war bald hinter einer leichten Anhöhe verschwunden. Der Wind reizte Arthas Augen und Ohren und die abgestandene dünne Luft schnürte ihm die Kehle zu. Was jedoch am meisten gereizt war, das war sein Verstand. Das ist ja fantastisch, sagte er und hörte, wie seine eigene Stimme ihm in den Ohren rasselte. Der Ton trug in dieser dünnen Atmosphäre nur sehr schlecht. Ein ödes Loch, wenn du mich fragst, sagte Ford. In einem Katzenklo würde ich mich besser amüsieren. Er spürte, wie der Ärger in ihm hochstieg, musste es ihn von allen Planeten in allen Sternensystemen der ganzen Galaxis, viele waren romantisch und exotisch und sprühten vor Leben, ausgerechnet auf so eine Schutthalde verschlagen und das nach 15 Jahren Verbannung. Noch nicht einmal ein Würstchenstand war irgendwo zu sehen. Er bückte sich und hob einen kalten Klumpen Erde auf, aber es lag nichts darunter, was die Reise von tausenden von Lichtjahren wert gewesen wäre. Nein, beharrte Afer, begreifst du das nicht? Es ist das erste Mal, dass ich auf einem anderen Planeten stehe, eine völlig fremde Welt. Schade, dass es ausgerechnet so eine Müllhalde ist. Trillian zog ihren Umhang fester um sich, sie fröstelte und machte ein finsteres Gesicht. Sie hätte schwören können, dass sie eben aus den Augenwinkeln eine winzige, plötzliche Bewegung wahrgenommen hatte, aber als sie in die Richtung blickte, sah sie nur das Raumschiff still und reglos etwa 100 Meter hinter ihnen liegen. Sie war erleichtert, als sie einen Augenblick später Zephet sah, der auf dem Gipfel des Hügels stand und ihnen zuwinkte, sie sollten zu ihm raufkommen. Er schien ziemlich aufgeregt zu sein, aber wegen der dünnen Atmosphäre und wegen des Windes konnte man nicht verstehen, was er sagte. Als sie den Kamm der Anhöhe erreichten, sahen sie, dass sie kreisrund war, ein Krater von ungefähr 150 Metern Durchmesser. Außen um den Rand herum war der Boden mit schwarzen und roten Klumpen übersät. Sie blieben stehen und sahen sich einen davon an. Er war feucht. Er fühlte sich wie Gummi an. Mit Schrecken wurde ihnen plötzlich klar, dass das frisches Walfleisch war. Am Kraterrand stießen sie auf Zephet. Guck mal, sagte er und zeigte in den Krater. In der Mitte lag der zerfetzte Kadaver eines einsamen Pottwals, der nicht lange genug gelebt hatte, um über sein Schicksal enttäuscht zu sein. Die Stille wurde nur durch ein leichtes, unwillkürliches Würgen in Trillions Kehle unterbrochen. Es hat wohl keinen Sinn, ihn zu beerdigen, murmelte Arthur und bereute es im selben Augenblick. Komm mit, sagte Zephet, und stieg in den Krater hinunter. Was? Darunter? sagte Trillion mit abgrundtiefem Ekel. Ah, sagte Zephet, kommt mit, ich muss euch was zeigen. Das sehen wir doch schon, sagte Trillion. Nicht das, sagte Zephet, was anderes. Komm schon, keiner rührte sich. Na los, drängte Zephet, ich habe einen Eingang entdeckt. Eingang? fragte Arthur entsetzt. Ins Innere des Planeten, einen unterirdischen Eingang. Er ist durch den Aufprall des Wals aufgesprengt worden. Und da müssen wir rein. Wohin seit 5 Millionen Jahren niemand seinen Fuß gesetzt hat. Haha, in die Abgründe der Zeit selbst. Marvin fing wieder mit seinem hämischen Gesumme an. Zephet gab ihm eins auf den Kondensator und Marvin verstummte. Mit leichtem Widerwillen folgten sie Zephet den Abhang hinunter in den Krater, wobei sie es tunlichst vermieden, einen Blick auf dessen unglücklichen Urheber zu werfen. Das Leben, sagte Marvin schwermütig. Hasse oder ignoriere es. Lieben kannst du es nicht. Der Boden war eingesackt, wo der Wal aufgeprallt war und hatte ein Netz aus Gängen und Stollen aufgedeckt, das nun von herabgestürztem Schutt und Geröll größtenteils zugeschüttet war. Zephet hatte schon damit begonnen, einen Zugang zu einem der Gänge freizulegen, aber Marvin schaffte das viel schneller. Nasskalte Luft wehte ihnen aus der dunklen Tiefe entgegen und als Zephet mit einer Taschenlampe hineinleuchtete, war in der staubigen Düsternis nur wenig zu erkennen. Der Legende nach, sagte er, lebten die Makrateaner die meiste Zeit ihres Lebens unter der Erde. Wieso das denn? fragte Arthur. War ihnen die Oberfläche zu dreckig oder zu dicht besiedelt? Nein, das glaube ich nicht, sagte Zephet. Ich glaube, sie gefiel ihnen einfach nicht besonders. Weißt du auch genau, was du da tust? fragte Trillian und blinzelte nervös in die Finsternis. Wir sind doch schon mal angegriffen worden, nicht? Hör mal zu, Kleine. Ich versichere dir, die lebende Bevölkerung dieses Planeten ist gleich null. Plus uns vieren. Also komm schon und lass uns endlich da reingehen. Ach ja, Erdling? Arthur, sagte Arthur. Ja, ja, ja. Könntest du vielleicht den Roboter bei dir behalten und sozusagen dieses Ende des Ganges bewachen? Okay. Bewachen? sagte Arthur. Wovor denn? Du hast doch eben gesagt, hier wäre niemand. Ja, schon. Ist halt nur so zur Sicherheit, okay? sagte Zephet. Wessen Sicherheit? Eure oder meine? Ach, komm, sei lieb. Okay, ab geht's. Zephet kletterte den Gang hinunter. Trillian und Ford folgten ihm. Ach, ich hoffe, das wird euch noch so richtig leid tun, nörgelte Arthur. Keine Bange, versicherte ihm Marvin. Das wird es. In wenigen Augenblicken waren die anderen verschwunden. Arthur stapfte beleidigt in der Gegend rum, bis ihm einfiel, dass ein Wahlfriedhof vielleicht nicht ganz der richtige Ort sei, um drauf rumzustampfen. Marvin sah ihm eine Weile düster zu, dann schaltete er sich ab. Zephet marschierte in dem Gang rasch weiter, nervös wie eine Tüte Hummeln, was er zu verbergen suchte, indem er zielstrebig weiterlief. Er ließ den Lichtstrahl der Taschenlampe herumwandern. Die Wände waren mit dunklen Kacheln bedeckt und fühlten sich kalt an. Modergeruch hing schwer in der Luft. Na, was habe ich euch gesagt? sagte er. Ein bewohnter Planet. Magratheer. Und stiefelte weiter durch den Dreck und Schutt, der auf dem gefließten Boden lag. Trillian erinnerte das Ganze unwillkürlich an die U-Bahn in London, nur war es hier nicht ganz so dreckig. In gewissen Abständen machten die Kacheln an den Wänden großen Mosaikenplatz, einfachen eckigen Mustern in leuchtenden Farben. Trillian blieb stehen und sah sich eins genauer an. Sie wurde aber nicht schlau draus. Sie rief Zephet. Hey, hast du eine Idee, was das für merkwürdige Symbole sind? Ah, ich glaube, das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche merkwürdigen Symbole, sagte Zephet, der sich nur flüchtig umsah. Trillian zuckte die Achseln und eilte ihm hinterher. Ab und zu führten Türöffnungen links oder rechts in kleine Kammern, die, wie Ford entdeckte, bis zum Rand mit verlassenen Computeranlagen vollgepropft waren. Er zog Zephet in eine der Kammern, um ihm das zu zeigen. Trillian kam ihm nach. Also, sagte Ford, du behauptest, das hier ist Magrathia. Ja, sagte Zephet. Außerdem haben wir doch die Stimme gehört, nicht? Okay, ich will es dir mal abkaufen, dass das Magrathia ist. Zumindest für den Augenblick. Bloß hast du bisher noch kein einziges Wörtchen darüber verloren, wie du es um alles in der Galaxis gefunden hast. Im Sternenatlas hast du nicht nachgesehen, das ist mal sicher. Nachforschung. Tja, Regierungsarchive. Detektivarbeit. Ja, ja, ein paar glückliche Vermutungen, ganz einfach. Und dann hast du die Herz aus Gold geklaut, um danach zu suchen. Ich habe sie geklaut, um vieles zu suchen. Vieles, fragte Ford überrascht. Was denn zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Wie bitte? Ich weiß nicht, was ich suche. Warum denn nicht? Weil, weil, ach, ich glaube, wenn ich es wüsste, würde ich vielleicht nicht mehr danach suchen, ha? Was? Bist du verrückt? Das ist eine Möglichkeit, die ich noch nicht ganz ausgeschlossen habe, sagte Seffert ruhig. Über mich weiß ich nur so viel, wie mein Grips in seinem augenblicklichen Zustand über mich rauskriegen kann. Tja, und sein augenblicklicher Zustand ist nicht gut. Lange Zeit sagte keiner ein Wort, während Ford Seffert mit plötzlicher Besorgnis anstarrte. Hör mal zu, alter Freund. Wenn du damit sagen, fing Ford schließlich an. Nein, warte, ich werde euch was erzählen, sagte Seffert. Ihr wisst ja, ich flippe ganz schön rum. Mir fällt irgendwas ein, was ich machen will und hä, warum nicht? Ich mach's einfach. Ich bilde mir ein, ich werde Präsident der Galaxis und das passiert einfach. Es ist ganz leicht. Ich beschließe, dieses Raumschiff zu stehlen. Ich beschließe, nach Magrathia zu suchen und alles, ja, geschieht einfach so. Ja, ja, klar, ich überlege mir, wie man es wohl am besten machen könnte, sicher. Aber klappen tut's immer. Das ist so, als hätte ich eine Kreditkarte von der Galaktikbank, die nie ungültig wird, obwohl man die Schecks nie abschickt. Und immer, wenn ich mal Luft hole und dahinter zu kommen versuche, warum ich das und das denn machen wollte und wie ich's zu Wege gebracht habe, empfinde ich den unheimlich starken Wunsch, gar nicht erst darüber nachzudenken. Ja, genau wie in diesem Moment jetzt. Es kostet mich wahnsinnige Mühe, darüber zu reden. Seffert machte eine kleine Pause. Eine Zeit lang herrschte tiefes Schweigen. Mit finsterer Miene fuhr er fort. Letzte Nacht habe ich wieder darüber gegrübelt. Gut, über die Tatsache, dass ein Teil meines Verstandes anscheinend einfach nicht richtig funktioniert. Dann kam mir die Idee, dass möglicherweise jemand anderer meinen Verstand dazu benutzt, gute Einfälle zu haben, ohne mir was davon zu sagen. Ich kombiniere diese beiden Überlegungen und kam zu dem Schluss, dass irgendjemand zu diesem Zweck einen Teil meines Verstandes blockiert haben könnte, was auch erklären würde, warum ich ihn nicht benutzen kann. Ich fragte mich, ob es eine Möglichkeit gäbe, dahinter zu kommen. Ich ging runter in die Krankenabteilung unseres Raumschiffs und schloss mich an den Enzephalogie-Monitor an. Ich führte jeden einigermaßen wichtigen Eignungstest an meinen beiden Köpfen durch. Alle Tests, die ich schon mal den Regierungsamtsärzten hatte über mich ergehen lassen müssen, ehe man meine Ernennung zum Präsidenten bestätigen konnte. Sie ergaben nichts. Nichts Unerwartetes zumindest. Sie sagten mir, ich sei gerissen, fantasievoll, pflichtvergessen, unzuverlässig, extrovertiert, nichts, was man nicht schon geahnt hätte, und keine weiteren Anomalien. Also machte ich mich dran, mir völlig wahllos neue Tests auszudenken. Nichts. Dann versuchte ich, die Testergebnisse des einen Kopfes und die des anderen Kopfes zum Vergleich übereinander zu legen. Immer noch nichts. Schließlich wurde mir das alles zu blöd, weil ich mir nicht einreden lassen wollte, es handele sich bloß um einen Anfall von Verfolgungswahn. Als letztes, bevor ich mich geschlagen geben wollte, nahm ich die übereinandergelegten Bilder und sah sie mir durch einen Grünfilter an. Weißt du noch, wie versessen ich als Kind auf Grün war? Ich wollte immer Pilot auf einem der Handelsaufklärer werden. Ford nickte. Und da sah ich es, sagte Seffert. Klar wie der lichte Tag. Ein ganzer Bereich in der Mitte beider Gehirne stand nur zum jeweils anderen in Verbindung. Und zu nichts weiter. Irgendein verdammter Mistkerl hatte alle Synapsen weggeätzt und die beiden Kleinhirnteile elektronisch traumatisiert. Ford starrte ihn entsetzt an. Trillion war blass geworden. Das hat jemand mit dir gemacht? Flüsterte Ford. Ja. Hast du eine Ahnung, wer es gemacht hat? Oder warum? Warum? Das kann ich nur vermuten. Aber wer dieser Mistkerl war, das weiß ich. Das weißt du? Woher willst du das denn wissen? Weil er seine Initialen in die ausgeätzten Synapsen eingebrannt hat. Er hat sie dort zurückgelassen, damit ich sie finde. Ford starrte ihn voller Entsetzen an. Er fühlte ein Prickeln auf seiner Haut. Initialen? In dein Gehirn gebrannt? Ja, genau. Na und? Wie lauten sie um Gottes Willen? Seffert sah ihn wieder eine Weile schweigend an. Dann sah er weg. Z.B., sagte er leise. In dem Moment saust eine Stahltür hinter ihnen herab und Gas begann in die Kammern zu strömen. Ich erzähle euch später davon, keuchte Seffert. Dann wurden alle drei ohnmächtig. Kapitel 21 Miss Gelaun spazierte Arthur auf der Oberfläche von Magrathea herum. Ford hatte ihm seinen Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis mit Absicht dargelassen, damit er sich mit dem Buch die Zeit vertreiben könne. Wahrlos drückte er auf mehrere Knöpfe. Der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis ist ein sehr nachlässig redigiertes Buch, das viele Kapitel enthält, die den Herausgebern damals wohl ungeheuer toll vorkamen. Eines davon, das Arthur jetzt zufällig erwischte, erzählt die Erlebnisse eines gewissen Fiat Vujagic, eines ruhigen und fleißigen Studenten an der Universität von Maxi Megalon, der Altphilologie, Umwandlungsethik und historische Erkenntnis mittels Obertönen studierte und eine brillante Universitätskarriere vor sich hatte. Diesen Fiat Vujagic plagte nach einer nächtlichen Sause mit Seffert-Bibelbrocks und unzähligen pangalaktischen Donnergurglern anscheinend immer brennender die Frage, was wohl mit all den Kugelschreibern passiert sei, die er sich im Laufe der letzten Jahre gekauft und dann irgendwann verloren hatte. Es folgte eine lange Phase gewissenhafter Nachforschung, die ihn durch die ganze Galaxis und zu den Hauptzentren unerwarteter Kugelschreiberverluste führten. Schließlich trat er mit einer kuriosen kleinen Theorie vor die Öffentlichkeit, die damals ziemlich fasziniert davon war. Irgendwo im All, sagte er, gibt es neben all den Planeten, die von Humanoiden, Reptiloiden, Fischoiden, wandelnden Baumoiden und superintelligenten Schatten von blauer Färbung bewohnt waren, auch einen Planeten, der ausschließlich Kugelschreiberoiden Lebensformen vorbehalten ist. Und dieser Planet ist es, sagte er, zu dem sich unbeaufsichtigte Kugelschreiber auf den Weg machen, indem sie still und heimlich durch Wurmlöcher im Kosmos in eine Welt entschwinden, in der sie, wie Sie wissen, sich eines durch und durch Kugelschreiberoiden Lebensstils erfreuen können, der auf weitestgehend Kugelschreiber überorientierte Attraktion zugeschnitten ist, kurz, indem sie die Kugelschreibervorstellung eines glücklichen Daseins verwirklichen können. Und wie das mit Theorien so ist, war alles Friede, Freude, Eierkuchen, bis Fiat Vujagic plötzlich behauptete, er habe diesen Planeten gefunden und dort eine Zeit lang als Chauffeur für eine Familie billig grüner Wegwerfkugelschreiber gearbeitet, woraufhin er verhaftet und eingesperrt wurde, ein Buch schrieb und schließlich in eine Steueroase entlassen wurde, was üblicherweise das Schicksal all derer ist, die sich mit aller Entschlossenheit öffentlich lächerlich machten. Als eines Tages eine Expedition zu den Raumkoordinaten ausgeschickt wurde, die Vujagic für den Kugelschreiberplaneten angegeben hatte, stieß sie lediglich auf einen kleinen Asteroiden, auf dem ein einsamer alter Mann wohnte, der hartnäckig behauptete, das sei alles nicht wahr, obwohl man später dahinter kam, dass er log. Ungeklärt blieb trotz allem die Frage, wie jedes Jahr die mysteriösen 60.000 Attaier-Dollars auf sein Brandtis-Vogonisches Bankkonto kam und natürlich, was es mit Zephet-Bibelbrocks äußerst lukrativen Geschäften mit gebrauchten Kugelschreibern auf sich hatte. Arthur las das und legte das Buch beiseite. Der Roboter saß immer noch da und rührte sich nicht. Arthur stand auf und stieg zum Gipfel des Kraters hoch. Er wanderte um den Krater rum. Er sah einem wundervollen Doppelsonnenuntergang über Magrathea zu. Er stieg den Krater wieder runter. Er weckte den Roboter, weil es immer noch besser ist, sich mit einem manisch-depressiven Roboter zu unterhalten als mit niemandem. Es wird Nacht, sagte er. Sieh mal Marvin, die Sterne kommen raus. Aus dem Inneren eines dunklen Nebels kann man nur sehr wenige Sterne sehen und die auch nur sehr schwach, aber sie waren trotzdem zu erkennen. Der Roboter sah sie sich gehorsam an, dann wandte er sich wieder Arthur zu. Ich weiß, sagte er. Widerlich, was? Aber dieser Sonnenuntergang, nicht mal in meinen verrücktesten Träumen habe ich was ähnliches gesehen. Diese zwei Sonnen, es war als brodelten Feuerberge ins All. Ich hab's gesehen, sagte Marvin. Alles Schwachsinn. Wir hatten zu Hause, aber nur eine Sonne, Arthur ließ nicht locker. Ich bin von einem Planeten namens Erde, weißt du? Weiß ich, sagte Marvin. Du redest ja andauernd davon. Hört sich grässlich an. Oh nein, da war es wunderschön. Gab's dort Ozeane? Oh ja, sagte Arthur und seufzte. Ach, große, weite, wogende, blaue Ozeane, tief und unermesslich. Kann Ozeane nicht ausstehen, sagte Marvin. Sag mal, erkundigte sich Arthur, kommst du eigentlich mit anderen Robotern gut aus? Hasse sie, sagte Marvin. Wo gehst du hin? Arthur hielt's nicht länger aus. Er war wieder aufgestanden. Ich glaube, ich mach nochmal einen kleinen Spaziergang, sagte er. Kann ich verstehen, sagte Marvin und zählte 597 Milliarden Schäfchen, ehe er eine Sekunde später wieder einschlief. Arthur schlug die Arme unter die Achseln, um seinen Kreislauf dazu zu kriegen, ein bisschen begeisterter zu arbeiten. Er quälte sich wieder zum Kratergipfel hoch. Weil die Atmosphäre so dünn war und es keinen Mond gab, brach die Nacht sehr schnell herein und es war mittlerweile stockfinster. Deshalb rannte Arthur den alten Mann fast um, ehe er ihn bemerkte. Kapitel 22 Er stand mit dem Rücken zu Arthur und sah dem allerletzten Widerschein des Lichts zu, das hinter dem Horizont in die Finsternis versank. Er war ziemlich groß und alt und nur mit einem langen grauen Gewand bekleidet. Als er sich umdrehte, sah Arthur, dass sein Gesicht mager und vornehm, sorgenvoll, doch nicht unfreundlich war. Halt so ein Gesicht, dem man ohne weiteres sein ganzes Geld anvertrauen würde, aber noch drehte er sich nicht um, nicht einmal auf Arthurs Überraschungsschrei hin. Schließlich waren die letzten Strahlen der Sonnen verschwunden und er drehte sich um. Sein Gesicht war immer noch von irgendwoher erleuchtet und als Arthur nach der Quelle des Lichts suchte, sah er ein paar Meter entfernt sowas wie ein kleines Luftschiff stehen, ein kleines Luftkissen Fahrzeug, vermutete Arthur. Es verbreitete einen matten Lichtkreis um sich herum. Der Mann sah Arthur an, traurig wie es schien. Du hast dir aber eine kalte Nacht ausgesucht, um unseren toten Planeten zu besuchen, sagte er. Wer sind sie? stammelte Arthur. Der Mann sah weg. Wieder schien ein trauriger Ausdruck über sein Gesicht zu huschen. Mein Name tut nichts zur Sache, sagte er. Er schien über irgendwas nachzudenken. Eine Unterhaltung war offensichtlich etwas, womit er es seiner Meinung nach nicht allzu eilig haben musste. Arthur war gar nicht wohl in seiner Haut. Ich sie haben mir einen Schrecken eingejagt, sagte er lahm. Der Mann sah wieder zu ihm hin und zog die Augenbrauen leicht in die Höhe. Ich sagte sie haben mir einen Schrecken eingejagt. Keine Angst, ich tu dir nichts. Arthur sah ihn finster an. Aber ihr habt doch auf uns geschossen. Mit Raketen, sagte er. Der Mann starrte in die Krater senke. Das schwache Glühen von Marvins Augen warf matte rote Reflexe auf den riesigen Kadaver des Wals. Der Mann kicherte leise in sich hinein. Ein automatisches System, sagte er und seufzte leise. Tief unten in den Eingeweiden des Planeten verticken uralte Computer die dunklen Jahrtausende und die Zeit lastet schwer auf ihren staubigen Daten speichern. Ich glaube, sie nutzen die Gelegenheit und ballern mal los, um sich ein bisschen über die Eintönigkeit hinweg zu helfen. Er sah Arthur ernst an und sagte, ich bin ein großer Bewunderer der Wissenschaft, nicht wahr? Ach, wirklich, sagte Arthur, der die merkwürdig freundliche Art des Mannes langsam beunruhigend fand. Oh, ja, sagte der alte Mann und hörte einfach wieder auf zu reden. Aha, sagte Arthur, äh. Er fühlte sich genauso komisch wie der Mann, der im Schlafzimmer einer Frau von deren Ehemann überrascht wird, der einfach in das Zimmer hereinspaziert kommt, sich eine andere Hose fallen lässt und wieder raus geht. Du wirkst sehr nervös, sagte der alte Mann mit höflicher Anteilnahme. Nein, das heißt ja, verstehen Sie, wir hatten eigentlich nicht erwartet, jemanden von Ihnen vorzufinden. Ich dachte halt irgendwie, dass Sie alle tot sind oder so. Tod, sagte der Alte, ach du liebe Güte, nein, wir haben bloß geschlafen. Geschlafen? fragte Arthur ungläubig. Ja, die ganze Wirtschaftsflaute durch, nicht? sagte der alte Mann, den offenkundig überhaupt nicht interessierte, ob Arthur auch nur ein Wort von dem kapierte, was er sagte. Arthur musste wieder nachbohren. Äh, Wirtschaftsflaute? Tja, nicht wahr? Vor fünf Millionen Jahren brach die galaktische Wirtschaft zusammen. Und weil wir uns sagten, Planeten Sonderanfertigungen sind schließlich sowas wie Luxusgegenstände, nicht? Er machte eine kleine Pause und sah Arthur an. Du weißt doch, dass wir Planeten gebaut haben, oder? fragte er würdevoll. Äh, ja, sagte Arthur. Ich dachte halt irgendwie. Der Mann unterdrückte ein leichtes scannen und fuhr fort. Die Computer waren mit dem Index der galaktischen Börsenkurse gekoppelt, verstehst du? Damit wir geweckt würden, wenn sich alle wirtschaftlich wieder so weit gerappelt hätten, dass sie sich unsere teuren Dienste würden leisten können. Arthur, der regelmäßig den Guardian las, war darüber zutiefst empört. Das ist aber eine verdammt miese Einstellung, finde ich. Ach, wirklich? fragte der Alte freundlich zurück. Tut mir leid, ich bin da wohl nicht ganz auf dem Laufenden. Er zeigte in den Krater runter. Gehört der Roboter dir? fragte er. Nein, tönte eine piepsige Stimme, metallisch aus dem Krater. Ich gehöre mir. Wenn man das überhaupt einen Roboter nennen kann, mummelte Arthur, das ist eher sowas wie eine elektronische Schmollmaschine. Hol ihn her, sagte der Alte Mann. Mit großem Erstaunen hörte Arthur die Stimme des alten Mannes plötzlich einen sehr bestimmten Ton annehmen. Er rief Marvin, der den Abhang hochgekrochen kam und mimte, er sei lahm, was er natürlich nicht war. Ach, wenn ich's mir recht überlege, sagte der Alte Mann, lass ihn doch lieber hier, aber du musst unbedingt mitkommen. Große Dinge stehen bevor. Er wandte sich seinem Fahrzeug zu, das nun, obwohl offenbar niemand ein Zeichen gegeben hatte, durch die Dunkelheit lautlos auf sie zugeschwebt kam. Arthur sah zu Marvin hinunter, der jetzt wieder genauso eine große Schau abzog, als er sich schwerfällig umdrehte, mühsam wieder in den Krater zurückstampfte und irgendwas mürrisch vor sich hin brabbelte. Komm, rief der Alte, komm, beeil dich, oder du kommst zu spät. Zu spät, sagte Arthur, zu was denn? Wie heißt du Menschling? Dent, Arthur Dent, sagte Arthur. Zu spät, wenn sich der tote Arthur dehnt, sagte der alte Mann düster. Das soll so eine Art Drohung sein, verstehst du? Wieder trat ein wehmütiger Ausdruck in seine Augen. Ich bin selber nie sehr gut in solchen Dingen gewesen, aber man hat mir gesagt, sie könnten manchmal sehr wirkungsvoll sein. Arthur sah ihn blinzelnd an. Was für eine ungewöhnliche Erscheinung, murmelte er. Wie bitte? fragte der alte Mann. Ach nichts, Entschuldigung, sagte Arthur verlegen. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Mit meinem Luftauto, sagte der alte Mann und forderte Arthur mit einer Geste auf, in das Fahrzeug zu steigen, das lautlos neben ihn gelandet war. Fahren wir tief in das Innere des Planeten, wo sich in diesem Augenblick unser Volk von seinem fünf Millionen Jahre lang Schlummer erhebt. Ja, Magrittea erwacht. Arthur fröstelte es unwillkürlich, als er sich neben den Alten setzte. Das Merkwürdige der ganzen Geschichte und das lautlose Gehüpfe des Luftschiffs, das durch den Nachthimmel davonschwebte, brachten ihn völlig durcheinander. Er betrachtete den alten Mann, dessen Gesicht durch das schwache Glühen der Lämpchen auf dem Armaturenbrett beleuchtet war. Verzeihung, sagte Arthur, wie war noch gleich ihr Name? Mein Name, sagte der alte Mann und der gleiche Ausdruck leichter Traurigkeit trat wieder in sein Gesicht. Er zögerte. Mein Name, sagte er, ist Slardy Bart Fass. Arthur wäre beinahe erstickt. Wie bitte? stotterte er. Slardy Bart Fass, wiederholte der alte sanft. Slardy Bart Fass? Der alte Mann sah ihn ernst an. Ich sagte doch, mein Name täte nichts zur Sache, sagte er. Das Luftautor schwebte durch die Nacht. Kapitel 23 Es ist eine bedeutende und allgemein verbreitete Tatsache, dass die Dinge nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Zum Beispiel waren die Menschen auf dem Planeten Erde immer der Meinung, sie seien intelligenter als Delfine, weil sie so vieles zustande gebracht hatten, das Rad, New York, Kriege und so weiter, während die Delfine doch nichts weiter taten, als im Wasser herumzutoben und sich so wohl sein zu lassen. Aber umgekehrt waren auch die Delfine der Meinung, sie seien intelligenter als die Menschen und zwar aus genau den gleichen Gründen. Komischerweise wussten die Delfine schon lange vorher von der drohenden Zerstörung der Erde und hatten viele Versuche unternommen, die Menschen auf die Gefahr aufmerksam zu machen, doch wurden die meisten ihrer Botschaften als amüsante Versuche missdeutet, einen Fußball mit dem Kopf zu treffen oder nach irgendwelchen Leckereien zu pfeifen, so dass sie es schließlich aufgaben und die Erde, kurz bevor die Wurgonen kamen, auf ihre ganz persönliche Art und Weise verließen. Die allerletzte Botschaft der Delfine wurde als der erstaunlich kunstfertige Versuch missverstanden, einen doppelten Salto rückwärts durch einen Reifen zu vollführen und dabei Heil dir im Siegerkranz zu flöten. In Wirklichkeit aber lautete die Botschaft, macht's gut, und danke für den vielen Fisch. Tatsächlich war nur eine Gattung von Lebewesen auf dem Planeten intelligenter als die Delfine und sie brachten ihre Zeit größtenteils in Verhaltens Forschungslabors zu, wo sie in Laufrädern herumrannten und entsetzlich raffinierte und ausgeklügelte Experimente an den Menschen vornahmen. Die Tatsache, dass die Menschen auch hier wiederum die wahren Verhältnisse total verkannten, lag ganz in der Absicht dieser Wesen. Kapitel 24 Lautlos schwebte das Luftauto durch die kalte Finsternis, ein einsamer matter Lichtschimmer, der in der tiefen magratheanischen Nacht vollkommen alleine war. Er sauste rasch dahin. Arthas Begleiter schien tief in seine eigenen Gedanken versunken zu sein, denn als Arthur verschiedentlich versuchte, ihn wieder in eine Unterhaltung zu ziehen, antwortete er ihm lediglich mit der Frage, ob er es auch bequem genug habe, und da beließe er es schließlich dabei. Arthur versuchte, die Geschwindigkeit abzuschätzen, mit der sie sich bewegten, aber die Dunkelheit war undurchdringlich und er konnte auch keinen Anhaltspunkt entdecken. Die Bewegung empfand er als so sacht und leicht, dass er fast der Meinung war, sie bewegten sich überhaupt kaum von der Stelle. Dann tauchte in weiter Ferne ein winziger Lichtschimmer auf und nahm innerhalb weniger Sekunden dermaßen an Größe zu, dass Arthur begriff, dass er mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf sie zukam. Er versuchte festzustellen, um was für ein Fahrzeug es sich wohl handele, konnte aber keine bestimmte Form erkennen, aber mit einem Mal blieb ihm vor Schreck bald der Atem weg, als das Luftauto plötzlich nach unten abkippte und ganz offensichtlich auf direkten Kollisionskurs ging. Die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs musste unglaublich hoch sein und Arthur hatte kaum Zeit, nach Luft zu schnappen, da war auch schon wieder alles vorbei. Als nächstes nahm er ein irres silbriges Funkeln wahr, das ihn zu umgeben schien. Er drehte sich schnell nach hinten um und sah einen kleinen schwarzen Punkt in der Ferne hinter ihnen verschwinden. Er brauchte mehrere Sekunden, ehe er kapierte, was es war. Sie waren in einem unterirdischen Tunnel eingetaucht. Die wahnsinnige Geschwindigkeit war ihre eigene im Verhältnis zu dem Lichtschimmer gewesen, der ein Loch im Boden war, der Ausgang des Tunnels. Das irre silbrige Funkeln kam von den runden Wänden des Tunnels, durch den sie dahinschossen, offenbar mit mehreren hundert Stundenkilometern. Arthur machte entsetzt die Augen zu. Nach einer gewissen Zeit, er wagte nicht zu schätzen, wie lange das gedauert hatte, fühlte er, wie ihre Geschwindigkeit leicht abnahm, und einen Augenblick später bemerkte er, dass sie allmählich sanft zum Stehen kam. Er machte seine Augen wieder auf. Sie waren noch immer in dem silbrigen Tunnel, aus dem sie sich durch ein Gewirr sich kreuzender und zusammenlaufender Röhren schlängelten und wandten, die Arthur an einen Kaninchenbau erinnerten. Als sie endlich anhielten, befanden sie sich in einem kleinen gewölbten Raum aus Stahl. Mehrere andere Tunnel endeten ebenfalls hier, und ganz am anderen Ende des Raumes sah Arthur einen großen, matten und äußerst verwirrenden Lichtkreis. Verwirrend deshalb, weil er den Augen einen Streich spielte. Es war unmöglich, ihn richtig in den Blick zu fassen oder zu erkennen, ob er weit weg oder nahe war. Arthur nahm an, völlig zu Unrecht, das Licht sei ultraviolett. Slati Bartfass drehte sich um und betrachtete Arthur mit seinen würdevollen alten Augen. Erdling, sagte er, wir sind jetzt tief im Herzen Magrathias. Woher wussten sie, dass ich ein Erdling bin? fragte Arthur. Das alles wird dir noch klar werden, sagte der alte Mann sanft. Wenigstens, fügte er mit leichtem Zweifel in der Stimme hinzu, klarer als es dir im Augenblick ist. Er fuhr fort, ich sollte dich vielleicht darauf aufmerksam machen, dass der Raum, in den wir jetzt gleich gelangen, nicht eigentlich im Inneren unseres Planeten liegt. Dazu ist er ein bisschen zu groß. Wir werden gleich durch ein Tor in einen riesigen Teil des Hyperraums kommen. Das wird dich schrecken. Arthur grunzte nervös. Slati Bartfass berührte einen Sensorknopf und setzte nicht gerade ermutigend hinzu. Ich krieg nämlich jedes Mal ein Riesen Bammel. Halt dich fest. Ihr Luftauto schoss geradewegs in den Lichtkreis hinein und plötzlich hatte Arthur eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie die Unendlichkeit aussieht. In Wirklichkeit war es gar nicht die Unendlichkeit. Die wirkliche Unendlichkeit sieht fade und uninteressant aus. Wenn man in den Nachthimmel hinauf sieht, blickt man in die Unendlichkeit. Alle Entfernungen werden unfassbar und daher bedeutungslos. Der Raum, in den das Luftauto hineinfuhr, war alles andere als unendlich. Er war bloß sehr, sehr groß. So groß, dass er einen viel besseren Eindruck von der Unendlichkeit vermittelte, als die Unendlichkeit selbst. Arthur drehte sich's im Kopf, als sie mit der ungeheuren Geschwindigkeit, die, wie er wusste, das Luftauto erreichen konnte, scheinbar langsam durch die Luft nach oben stiegen und das Tor, durch das sie hereingekommen waren, als unsichtbares Pünktchen in der schimmernden Wand hinter sich ließen. Die Wand. Die Wand sprach allen Fantasievorstellungen hohen, brachte sie vom Wege ab und führte sie ad absurdum. Die Wand war so irrsinnig, riesig und hoch, dass ihr oberes Ende, ihre Seiten und ihr Fuß den Blicken entschwanden. Allein das Schwindelgefühl, das sie erregte, konnte einen Menschen töten. Sie wirkte vollkommen gerade und es wären die allerempfindlichsten Lasermessgeräte nötig gewesen, um festzustellen, dass die Wand, während sie sich anscheinend bis zur Unendlichkeit erhob, in schwindelerregende Tiefen versank und sich zu beiden Seiten endlos weit erstreckte, außerdem auch krümmte. In einer Entfernung von 13 Lichtsekunden stieß sie wieder auf sich selbst. Mit anderen Worten, die Wand schloss eine Hohlkugel in sich ein, eine Kugel mit einem Durchmesser von über drei Millionen Meilen, deren Inneres in ein Licht getaucht war, das sich jeder Vorstellung entzog. Willkommen, sagte Slati Badfas, während das winzige Pünktchen, als das das Luftauto erschien, jetzt mit dreifacher Schallgeschwindigkeit unmerklich weiter in den wahnsinnig riesigen Raum hineinkroch. Willkommen, sagte er, in unserer Montagehalle. Arthur glotzte geradezu wonnevoll entsetzt um sich. In Entfernung, die er weder schätzen noch auch nur raten konnte, waren eine Reihe seltsamer Hänge Vorrichtungen angeordnet, zarte Filigrane aus Metall und Licht, die über schattenhaften Kugelformen schwebten, die in dem Raum hingen. Hier, sagte Slati Bartfass, bauen wir die meisten unserer Planeten nicht? Heißt das, sagte Arthur, der versuchte, Worte zu finden, heißt das, sie fangen jetzt mit all dem wieder an? Nein, um Gottes Willen, nein, rief der Alte aus, die Galaxis ist noch lange nicht wieder reich genug, um sich uns leisten zu können. Nein, wir sind nur geweckt worden, um einen ganz speziellen Auftrag für sehr spezielle Kunden aus einer anderen Dimension auszuführen. Vielleicht interessiert er dich, da hinten direkt gegenüber von uns. Arthur folgte dem Blick des Alten, bis er ein schwebendes Gebilde erkennen konnte, auf das er zeigte. Es war auch das einzige von all den vielen Gebilden, das erkennen ließ, dass daran gearbeitet wurde, obwohl das Meer ein unterschwelliger Eindruck war und nichts, wofür man sich verbögen konnte. In dem Moment jedoch schoss ein Lichtstrahl durch das ganze Gefüge und ließ die Muster scharf hervortreten, die sich auf der dunklen Kugel in seinem Inneren befanden. Muster, die Arthur kannte, derbe, klexige Form, die ihm ebenso vertraut waren, wie die Gestalt der Wörter, die Teil der Ausstattung seines Verstandes waren. Ein paar Augenblicke schwieg er überwältigt, während ihm die Bilder im Kopf rumschwirrten und eine Stelle suchten, wo sie sich niederlassen und einen Sinn ergeben konnten. Ein Teil seines Hirns sagte ihm, er kenne sehr genau, was er da sehe und was die Form darstellten, während ein anderer Teil sich ganz vernünftig weigerte, diesen Gedanken zuzulassen und die Verantwortung dafür ablehnte, auch nur noch einen Schritt weiter in diese Richtung zu denken. Wieder blitzte der Lichtstrahl auf und diesmal gab es kein Zweifel mehr. Die Erde, flüsterte Arthur. Naja, sagen wir mal Modell Nummer zwei, sagte Slati Bartfass heiter. Wir stellen eine Kopie nach unseren originalen Blaupausen her. Es entstand eine Pause. Wollen sie damit sagen, sagte Arthur langsam und bedacht, dass sie auch die erste Erde gebaut haben? Na klar, sagte Slati Bartfass. Bist du mal in einem Land gewesen? Ich glaube, es hieß Norwegen. Nein, sagte Arthur. Nein, war ich nie. Schade, sagte Slati Bartfass. Es war eins von denen, die ich gemacht habe. habe einen Preis dafür gekriegt, nicht? Herrlich krickelige Küste. Ich war furchtbar sauer, als ich hörte, dass es zerstört worden ist. Sie waren sauer? Ja, fünf Minuten später und es hätte nicht mehr so viel ausgemacht. Das war war eine Mords pleite. Hä? sagte Arthur. Die Mäuse waren vielleicht wütend. Die Mäuse waren wütend? Und wie? sagte der alte Mann sanft. Na schön, ich nehme an, das waren die Hunde und die Katzen und die Schnabeltiere auch, aber ja, schon, aber die hatten nicht dafür bezahlt, nicht? Hören sie mal, sagte Arthur, würde es ihnen was ausmachen, wenn ich jetzt in verlegenem Schweigen weiter, schließlich versuchte der alte Mann geduldig Arthur alles zu erklären. Erdling, der Planet, auf dem du lebtest, wurde geordert, bezahlt und regiert alleine von den Mäusen. Er wurde fünf Minuten vor der Erfüllung des Zwecks, für den er er erbaut worden war, zerstört und wir sind jetzt gerade dabei, ein neuen zu bauen. Nur ein Wort hatte sich bei Arthur festgehakt. Mäuse, sagte er, ganz richtig, Erdling. Also, Moment mal, reden wir auch beide von diesen kleinen weißen pelzigen Dingerchen mit dem Käsekomplex, bei denen die Frauen in den Fernsehklamotten in den frühen 60er Jahren immer schreiend auf die Tische klettern? Slatibars hüstelte höflich. Erdling, sagte er, es ist manchmal schwer, dem, was du sagst, zu folgen. Vergiss nicht, ich habe fünf Millionen Jahre im Inneren dieses Planeten Magrathäa geschlafen und weiß wenig von den Fernsehklamotten aus den frühen 60er Jahren, von denen du redest. Diese Geschöpfe, die du Mäuse nennst, nicht wahr, sind nicht ganz das, was sie scheinen. Sie sind nur die Projektion unsagbar hyperintelligenter pandimensionaler Wesen in unsere Dimension. Der ganze Quatsch mit dem Käse und dem Quieken ist bloß Tarnung. Der Alte machte eine Pause, dann fuhr er mit einem mitleidigen Stirnrunzeln fort. Sie haben euch nur als Versuchskaninchen benutzt, fürchte ich. Arthur dachte einen Moment darüber nach, dann erhellte sich sein Gesicht. Nein 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 sagt er ich weiß jetzt wo das Missverständnis liegt. Nein also passen Sie mal auf in Wirklichkeit haben wir die Versuche mit ihnen angestellt. Sie wurden oft in der Verhaltensforschung verwendet, Pavlov und der ganze Kram. Und dabei wurden die Mäuse allen möglichen Tests unterworfen, in denen sie lernten Klingeln zu betätigen, Labyrinthen rumzulaufen und so weiter, sodass man ihren alles Mögliche über unser Verhalten lernen. Arthas Stimme wurde immer leiser. Welch ein Raffinement, sagte Slati Bartfass, man muss es einfach bewundern. Was, sagte Arthur, wie hätten sie ihr wahres Wesen besser verbergen und euer Denken besser lenken können, plötzlich im Labyrinth verkehrt rumlaufen, das falsche Käsestückchen essen, unerwartet an Tollwut sterben, wenn das raffiniert berechnet wird, ist die zusätzliche Wirkung enorm. Er machte um der Wirkung Willen eine Pause. Siehst du, Erdling, sie sind wirklich ganz besonders clevere, hyperintelligente, pandimensionale Wesen. Euer Planet und seine Bewohner bilden die Matrix eines organischen Computers, der ein 10 Millionen Jahre Forschungsprogramm durchführte. Ich werde dir die ganze Geschichte erzählen, aber wir brauchen ein bisschen Zeit dazu. Zeit, sagte Arthur schwach, gehört im Augenblick nicht zu meinen Problemen. Kapitel 25 Es gibt selbstverständlich viele Probleme, die mit dem Leben zusammenhängen, von denen sind einige der bekanntesten, warum wird der Mensch geboren, warum stirbt er und warum verbringt er so viel Zeit dazwischen mit dem Tragen von Digitaluhren, einer Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen, deren körperliches Äußeres in ihrem eigenen pandimensionalen Universum unserem nicht unähnlich ist, hing es vor vielen, vielen Millionen Jahren dermaßen zum Halse raus, sich ewig über den Sinn des Lebens rumzuzanken, was sie im Übrigen bloß in ihrer Lieblingsbeschäftigung störte, dem brokianischen Ultrakricket, einem höchst sonderbaren Spiel, bei dem man Leuten ohne ersichtlichen Grund plötzlich eins auf den Kopf gibt und wegrennt, dass sie beschlossen, sich auf ihre vier Buchstaben zu setzen und alle ihre Probleme ein für allemal zu lösen. Und zu diesem Zweck bauten sie sich einen kolossalen Supercomputer, der so wahnsinnig intelligent war, dass er noch ehe seine Datenspeicher überhaupt miteinander verbunden waren, mit Ich denke, also bin ich, die ersten Kernsätze von sich gegeben hatte und schon dabei war, die Existenz des Schokoladenpuddings und der Einkommenssteuer auseinander abzuleiten, bevor es jemandem gelang, ihn auszuschalten. Er war so groß wie eine Kleinstadt. Sein Hauptschaltpult war in einem eigens dafür entworfenen Direktionsbüro untergebracht und in einen enormen, mit kostbarem ultrarotem Leder bezogenen Direktionsschreibtisch aus dem erlesensten Ultramahagoni eingebaut. Der dunkle Teppichboden war auf diskrete Weise luxuriös, exotische Topfpflanzen und geschmackvoll gestochene Bildnisse der bedeutendsten Computerprogrammierer und ihrer Familien waren großzügig im Raum verteilt und mächtige Fenster blickten auf einen baumumstandenen öffentlichen Platz. Am Tage des großen Anknipsens kamen zwei dezent gekleidete Programmierer mit Aktentaschen und wurden ohne großes Aufhebens in das Büro geführt. Es war ihnen bewusst, dass sie an diesem Tage ihr ganzes Volk in seinem erhabensten Augenblick repräsentierten, aber sie gaben sich ruhig und gelassen, als sie ehrfurchtsvoll vor dem Schreibtisch Platz nahm, ihre Aktentaschen öffneten und ihre in Leder gebundene Notizbücher rausnahm. Ihre Namen waren Lungwill und Vog. Ein Augenblick saßen die beiden in ehrfürchtigem Schweigen da, dann lehnte sich Lungwill, nachdem er mit Vog still einen Blick gewechselt hatte, nach vorn und berührte eine kleine schwarze Platte. Das allerfeinste Summ, das man sich denken kann, zeigte an, dass der gewaltige Computer nun voll betriebsbereit war. Nach einer kurzen Pause sprach er sie mit seiner Stimme, die kräftig volltönend und tief war, an. Er sagte, Wie heißt die große Aufgabe, für die ich, Deep Thought, der zweitgrößte Computer im Universum von Zeit und Raum, erschaffen worden bin? Lungwill und Vog sahen sich verdutzt an. Deine Aufgabe, oh Computer, begann Vog. Nein, warte mal einen Moment, das ist nicht richtig, sagte Lungwill beunruhigt. Wir haben diesen Computer ausdrücklich als den größten Computer aller Zeiten konstruiert und geben uns nicht mit einem Zweitbesten zufrieden. Deep Thought, wandte er sich an den Computer, bist du nicht, so wie wir dich konstruiert haben, der größte und mächtigste Computer aller Zeiten? Ich nannte mich den Zweitgrößten, ließ Deep Thought vernehmen, und das bin ich auch. Wieder ging ein besorgter Blick zwischen den beiden Programmierern hin und her, dann räusperte sich Lungwill. Da muss ein Fehler vorliegen, sagte er, bist du als Computer denn nicht größer als Milliard Gargantuhirn auf Maxim Megalon, der in einer Millisekunde alle Atome eines Sterns zählen kann? Milliard Gargantuhirn, sagte Deep Thought mit aufrichtiger Verachtung, der reinste Rechenschieber, nicht der Rede wert. Und bist du, sagte Lungwill und lehnte sich ängstlich vor, denn kein gewaltigerer Analytiker als Googleplex Sterndenker in der siebenten Galaxis aus Licht und Geist, der die Flugbahn jedes Staubteilchens während eines fünfwöchigen Sandsturms auf Dagram Bad Beta berechnen kann? Ein fünfwöchiger Sandsturm, fragte Deep Thought arrogant. Das fragst du mich, der ich die Vektoren aller Atome beim Urknall selber durchgerechnet habe? Ha ha, fall mir nicht mit diesem Taschenrechner Kram auf die Nerven. Die beiden Programmierer saßen einen Augenblick in unbehaglichem Schweigen da, dann lehnte sich Lungwill wieder vor. Aber bist du, sagte er, denn kein ausgebuffterer Streithahn als der große hyperlogische allverwandte Neutronenzenker von Ciceronicus XII, der magische und unermüdliche? Der große hyperlogische allverwandte Neutronenzenker, sagte Deep Thought und rollte eindrucksvoll die R's. Kann vielleicht einem arkturanischen Megaesel alle vier Beine wegdiskutieren, aber nur ich könnte ihn dann noch zu einem Spazierritt überreden. Also wo, fragte Fog, liegt denn dann das Problem? Es gibt kein Problem, sagte Deep Thought mit herrlich klingendem Tonfall. Ich bin halt nur der zweitgrößte Computer im Universum aus Zeit und Raum. Wieso denn der zweitgrößte, bohrte Lungwill nach. Warum sagst du ständig, du wärst der zweitgrößte? Du denkst doch hoffentlich nicht an den Multikortikoiden Logik Truonen Titan Müller oder den Denkermatik oder den über das Schaltpult des Computers blitzten verächtlich Lichter. Nicht eine einzige Denktroneneinheit verschwende ich auf diese kybernetischen Simpel, dröhnte er. Ich spreche von keinem anderen als von dem Computer, der nach mir kommt. Fog verlor die Geduld. Er schob sein Notizbuch beiseite und murmelte, das kriegt jetzt aber ganz unnötigerweise einen frommen Touch. Ihr wisst nichts von der Zeit, die kommen wird, verkündete Deepthought. Doch ich kann in meinen unzähligen Schaltkreisen die unendlichen Delta-Ströme künftiger Wahrscheinlichkeiten überblicken und sehen, dass eines Tages ein Computer kommen muss, dessen simpelste Funktionsparameter zu berechnen ich nicht würdig bin, aber den zu entwerfen letztlich meine Bestimmung ist. Fog seufzte schwer und sah zu Lungvill rüber. Können wir nicht endlich weitermachen und unsere Frage stellen? Lungvill gab ihm mit einem Zeichen zu verstehen, dass er noch warten solle. Was für ein Computer ist das, von dem du sprichst? fragte er. Ich will im Augenblick nicht weiter von ihm reden, sagte Deepthought. Fragt mich also, was ich euch sonst noch ausrechnen soll. Sprecht! Sie sahen sich beide achselzuckend an. Vog fasste sich als erster. Oh Computer, Deepthought, sagte er. Die Aufgabe, die wir uns für dich ausgedacht haben, ist die. Wir möchten, dass du uns, er machte eine Pause, die Antwort sagst. Die Antwort, fragte Deepthought, die Antwort worauf? Auf das Leben, drängte Vog und das Universum, sagte Lungville. Auf alles, sagten beide im Chor. Deepthought dachte eine Weile schweigend nach. Knifflig, sagte er schließlich, aber du schaffst es doch. Wieder eine bedeutungsvolle Pause? Ja, sagte Deepthought, das schaffe ich. Es gibt eine Antwort? fragte Fug atemlos vor Aufregung. Eine einfache Antwort? setzte Lungville nach. Ja, sagte Deepthought, auf das Leben, das Universum, auf alles, da gibt es eine Antwort drauf. Aber, fügte er hinzu, ich muss darüber nachdenken. Ein plötzlicher Aufruhr zerstörte die Stimmung. Die Tür flog auf und zwei Männer, die die derben fahlblauen Roben und Gürtel der Universität Krux waren, trugen, stürmten wütend in das Zimmer und stießen die entnervten Lakaien beiseite, die ihnen den Weg zu versperren versuchten. Wir fordern Zutritt, schrie der Jüngere der beiden und traf eine hübsche junge Sekretärin mit dem Ellbogen am Hals. Also bitte, schrie der Ältere, ihr könnt uns doch nicht aussperren. Er schubste einen Programmierer Gehilfen durch die Tür zurück ins Zimmer. Wir fordern, dass ihr uns nicht aussperrt, schnauzte der Jüngere, obwohl er mittlerweile längst im Zimmer stand und niemand mehr versuchte, ihn aufzuhalten. Wer seid ihr eigentlich? fragte Lunkwil, der wütend von seinem Stuhl aufsprang. Und was wollt ihr? Ich bin Makikweiß, verkündete der Ältere. Und ich fordere, dass ich Frumfondel bin, schrie der Jüngere. Makikweiß drehte sich zu Frumfondel um. Das ist doch klar, erklärt er ihm erregt, das brauchst du doch nicht extra zu fordern. Okay, bellte Frumfondel und hämmerte auf einen in der Nähe stehenden Schreibtisch. Ich bin Frumfondel und das ist keine Forderung, das ist eine feststehende Tatsache. Was wir fordern, das sind feststehende Tatsachen. Nein, das stimmt auch gar nicht, schrie Makikweiß ärgerlich. Genau das fordern wir ja nicht. Frumfondel nahm sich kaum Zeit, Atem zu holen und schrie, wir fordern keine feststehenden Tatsachen. Was wir fordern, ist das totale Fehlen feststehender Tatsachen. Ich fordere also, dass ich Frumfondel bin oder auch nicht. Aber wer zum Teufel seid ihr eigentlich, schrie Vog wütend. Wir, sagte Makikweiß, sind Philosophen. Oder vielleicht auch nicht, sagte Frumfondel und drohte den Programmierern mit den Fingern. Doch, das sind wir, beharrte Makikweiß. Wir stehen hier ausdrücklich als Vertreter der Vereinigten Gewerkschaften der Philosophen, Weisen, Erleuchteten und anderer Berufsdenker und fordern, dass diese Maschine abgeschaltet wird. Und zwar jetzt. Wo liegt denn das Problem? fragte Lungville. Ich werde hier verklickern, wo das Problem liegt, Genosse, sagte Makikweiß. Abgrenzung, das ist ein Problem. Wir fordern, kreischte Frumfondel, dass Abgrenzung das Problem ist. Oder vielleicht auch nicht. Ihr lasst die Maschinen einfach weiter die Rechenaufgaben erledigen, riet Makikweiß. Und wir kümmern uns um die ewigen Wahrheiten, wenn es gefällig ist. Ihr wollt wohl eure Rechtsposition verbessern, stimmt's, Genosse? Aber nach dem Gesetz ist die Suche nach der letzten Wahrheit ganz eindeutig das unveräußerliche Recht eurer Berufsdenker. Kommt da so eine verdammte Maschine daher und findet sie am Ende gar noch, da sind wir doch auf der Stelle den Job los, nicht? Ich meine, was haben wir davon, dass wir uns halbe Nächte mit der Frage um die Ohren schlagen, ob es nun einen Gott gibt oder nicht, wenn diese Maschine euch am nächsten Morgen einfach seine verdammte Telefonnummer ausspuckt. Das ist richtig, schrie Frumfondel. Wir fordern, dass uns streng abgegrenzte Zweifels- und Unsicherheitsgebiete garantiert werden. Mit einmal dröhnt eine mächtige Stimme durch das Zimmer. Dürfte ich vielleicht an dieser Stelle eine Bemerkung einflechten, fragte Deepthorne. Wir werden streiken, schrie Frumfondel. Genau, stimmte Magikweiß zu, dann habt ihr einen landesweiten Philosophenstreik am Hals. Der Summton im Zimmer wurde plötzlich lauter, als mehrere zusätzliche Bassverstärker, die in die im ganzen Zimmer verteilten dezent gestalteten und polierten Schranklautsprecher eingebaut waren, sich einschalteten, um Deepforths Stimme ein bisschen mehr Kraft zu verleihen. Ich wollte lediglich sagen, raunste der Computer, dass meine Schaltkreise jetzt unwiderruflich mit der Formulierung der Antwort auf die letzte Frage nach dem Leben, dem Universum und allem beschäftigt sind. Er machte eine Pause und vergewisserte sich, dass ihm jetzt alle zuhörten, bevor er ruhig fortfuhr, aber es wird ein bisschen dauern, wie ich mit dem Programm durch bin. Vog guckte ungeduldig auf seine Uhr. Wie lange etwa? fragte er. Siebeneinhalb Millionen Jahre, sagte Deepthort. Lungville und Vog vermieden es, sich anzusehen. Siebeneinhalb Millionen Jahre? schrien sie im Chor. Ja, tönte Deepthort. Ich sage doch, ich muss darüber nachdenken, oder? Aber mir scheint, dass ein Programm wie dieses zwangsläufig ein enormes öffentliches Interesse an der ganzen Philosophie hervorrufen muss. Jedermann wird seine eigene Theorie darüber anstellen, mit welcher Antwort ich schließlich anrücken werde, und wer könnte aus diesem Rummel wohl besser Kapital schlagen als ihr selbst? Solange ihr euch nur heftig genug gegenseitig in den Haaren liegt und in der Presse runter macht, und solange ihr Nachbeter habt, die ein bisschen cleverer sind, habt ihr doch für eure Zukunft ausgesorgt. Na, wie hört sich das an? Mal, sagte Magik Weiß, das nenne ich mal wirklich Denken. Sag mal, Frumfondel, warum kommen wir eigentlich nie auf sowas? Weiß ich nicht, sagte Frumfondel in ehrfürchtigem Flüsterton. Vielleicht sind unsere Hörne zu hoch trainiert, Magik Weiß. Mit diesen Worten machten sie auf dem Absatz kehrt, spazierten zur Tür hinaus und geradewegs in einen Lebensstil hinein, der ihre kühnsten Träume überstieg. Kapitel 26 Ja, sehr aufschlussreich, sagte Arthur, nachdem ihm Slatibard die wichtigsten Einzelheiten dieser Geschichte erzählt hatte. Aber ich verstehe man auch nicht, was das alles mit der Erde und den Mäusen und so weiter zu tun hat. Das ist ja nur die erste Hälfte der Geschichte, Erdling, sagte der alte Mann. Wenn du erfahren willst, was siebeneinhalb Millionen Jahre später am großen Tag der Antwort passierte, erlaube mir, dass ich dich in mein Atelier einlade. Dort kannst du dir die Ereignisse auf unserem Sensor Tape Recorder selbst anhören. Es sei denn, du möchtest rasch noch einen kleinen Bummel auf der neuen Erde machen. Tut mir leid, aber sie ist erst halbfertig. Wir haben es noch nicht mal ganz geschafft, die künstlichen Dinosaurier Skelette in die Erdkruste einzugraben und dann müssen wir noch das Tertier und Quartier der kinozoischen Periode aufschütten und Nein, vielen Dank, sagte Arthur, es wäre ja nicht dasselbe. Nein, sagte Slati Bartfass, das wäre es nicht, wendete das Luftauto und steuerte wieder auf die schwindelerregende Wand zu. Kapitel 27 In Slati Bartfass Atelier sah es aus wie Kraut und Rüben, so als wäre eine öffentliche Bibliothek in die Luft geflogen. Der alte Mann warf einen finsteren Blick auf das Toverbo, als sie in das Zimmer traten. Zu unserem großen Pech, sagte er, ist in einem der Lebens Konservierungs Computer eine Diode durchgebrannt, als wir versuchten unsere Putzkolonne wieder aufzuwecken, stellten wir fest, dass sie schon fast 30.000 Jahre tot war. Ich möchte bloß wissen, wer jetzt die Leichen wegräumen soll. Naja, guck mal, warum setzt du dich nicht einfach da drüben hin und ich stöpsel dich ein. Er dirigierte Afer zu einem Stuhl hinüber, der aussah, als wäre er aus dem Brustkorb eines Stegosauriers gemacht. Der ist aus dem Brustkorb eines Stegosauriers, erklärte ihm der Alte, während er herumkramte und unter schwankenden Papierstapeln und Bergen von Zeichengerät ein paar Stückchen Draht hervorfischte. Hier, sagte er, halt mal und reichte Afer zwei blanke Kabel Enden. In dem Augenblick, als Afer sie ergriff, flog ein Vogel mitten durch ihn hindurch. Er schwebte in der Luft und war sich selber total unsichtbar. Unter ihm lag ein hübscher, baumumstandender öffentlicher Platz, um den herum, so weit das Auge reichte, großzügig und weiträumig angelegte weiße Betonbauten standen, die jedoch ziemlich mitgenommen aussahen. Sie hatten viele Risse und Wasserflecken. Heute aber schien die Sonne, eine frische Brise wirbelte Behände durch die Bäume und der merkwürdige Eindruck, dass alle Gebäude still vor sich hinsummten, wurde wahrscheinlich dadurch hervorgerufen, dass der Platz und alle Straßen um ihn herum mit freudig erregten Leuten überschwemmt waren. Irgendwo spielte eine Kapelle, bunte Fahnen flatterten im Wind und es lag sowas wie Karnevalsstimmung in der Luft. Arthur kam sich, so hoch über allem und nur noch aus seinem Namen bestehend, furchtbar einsam vor, aber bevor er Zeit hatte, darüber nachzudenken, ertönte eine Stimme über dem Platz und bat alle um ihre Aufmerksamkeit. Ein Mann stand vor dem Gebäude, das den Platz deutlich beherrschte, auf einem bunt geschmückten Podium und sprach über eine Lautsprecheranlage zu der Menge. Liebe Freunde, die ihr hier im Schatten von Deep Thought wartet, rief er, ruhmreiche Nachfahren von Frumfondl und Magikweiß, den bedeutendsten Gurus, die das Universum je hervorgebracht hat, die Zeit des Wartens ist vorbei. Stürmische Hochrufe brachen aus der Menge hervor, Fahnen, Papierschlangen und begeisterte Pfiffe segelten durch die Luft, die engen Straßen sahen fast wie auf den Rücken gedrehte Tausendfüßler aus, die wie verrückt mit den Beinen in der Luft rumstrampelten. Siebeneinhalb Millionen Jahre hat unser Geschlecht auf diesen großen und hoffnungsvollen Augenblick der Enthüllung der Wahrheit gewartet, rief der Oberjubler, den Tag der Antwort. Die hingerissene Menge brach in Hurras aus. Nie wieder, schrie der Mann, nie wieder werden wir morgens aufwachen und uns fragen, wer bin ich, was ist der Sinn meines Lebens, macht es kosmisch betrachtet wirklich was aus, wenn ich nicht aufstehe und arbeiten gehe? Denn heute werden wir endlich und ein für allemal die schlichte und einfache Antwort auf alle diese bohrenden kleinen Fragen des Lebens, des Universums und alles anderen erhalten. Während die Volksmenge noch mal in Jubel ausbrach, fühlte Arthur, wie er plötzlich im Gleitflug nach unten und auf eins der mächtigen Fenster im ersten Stock des Gebäudes gleich hinter dem Podium zuflog, auf dem der Redner stand und zu der Menge sprach. Ein Augenblick geriet er in leichte Panik, als er geradewegs auf das Fenster lossauste, aber das ging sofort vorbei, als er wenig später feststellte, dass er einfach so durch das Glas gesegelt war, ohne es auch nur zu berühren. Niemand in dem Raum machte eine Bemerkung über seine etwas extravagante Ankunft, aber das überraschte nicht weiter, denn er war ja gar nicht da. Allmählich wurde ihm klar, dass die ganze Schose bloß eine Filmprojektion war, die 70 Millimeter Sechs-Kanal-Cinerama wie Schlappes Super 8 wirken ließ. Das Zimmer sah genau so aus, wie Slati Badfass es beschrieben hatte. In den siebeneinhalb Millionen Jahren hatte man gut darauf aufgepasst und es regelmäßig ungefähr einmal alle 100 Jahre sauber gemacht. Der Ultramahagoni-Schreibtisch war an den Kanten etwas abgeschabt, der Teppich inzwischen etwas ausgeblichen, aber das gewaltige Computer-Terminal saß noch in derselben Pracht und Herrlichkeit auf der lederbezogenen Schreibtischplatte, als wäre es gestern gebaut worden. Zwei schlicht gekleidete Männer saßen ehrfurchtsvoll vor dem Terminal und warteten. Die Zeit ist gleich um, sagte der eine, und Arthur sah überrascht, dass sich plötzlich genau am Hals des Mannes aus dem Nichts ein Wort materialisierte. Das Wort lautete Lundqual, es blinkte ein paar Mal und verschwand wieder. Ehe Arthur begriff, um was es sich da handelte, redete der andere Mann und das Wort Fuchs erschien an seinem Hals. Vor 75.000 Generationen brachten unsere Ahnen dieses Programm ins Rollen, sagte der Zweite, und nach dieser langen Zeit werden wir die Ersten sein, die den Computer widersprechen hören. Eine ehrfürchtige Aussicht, Fug, stimmte der Erste zu, und Arthur wurde mit einem Mal klar, dass er eine Vorstellung mit Untertiteln sah. Wir sind diejenigen, sagte Fudge, denen er die Antwort geben wird auf die große Frage nach dem Leben. Dem Universum, sagte Lundqual, und allem. Sch, sagte Lundqual mit einer leichten Handbewegung, ich glaube, Diebford wird gleich sprechen. Es folgte eine kurze erwartungsvolle Stille, als an der Vorderseite des Schaltpuls Armaturen langsam aufzuglühen begann. Lämpchen gingen probeweise an und aus und bildeten schließlich ein nüchtern geschäftsmäßiges Muster, ein sanftes tiefes Summen war aus dem Mitteilungsfrequenzband zu vernehmen. Guten Morgen, sagte Diebford endlich. Guten Morgen, Diebford, sagte Lundqual ängstlich. Hast du, das heißt? Eine Antwort für euch, unterbrach ihn Diebford würdevoll. Ja, die habe ich. Die beiden Männer zitterten vor froher Erwartung. Ihr Warten war nicht vergeblich gewesen. Es gibt tatsächlich eine, hauchte Fug. Es gibt tatsächlich eine, bestätigte Diebford. Auf alles, auf die große Frage nach dem Leben im Universum und allem? Ja. Beide Männer waren auf diesen Augenblick gedrillt worden. Ihr Leben war eine einzige Vorbereitung auf diesen Moment gewesen. Man hatte sie bereits bei ihrer Geburt als diejenigen ausgewählt, die der Antwort beiwohnen würden. Aber selbst sie wurden gewahr, dass sie jetzt nach Luft schnappten und herumhampelten wie aufgeregte Kinder. Und bist du bereit, sie uns zu geben? drängte Lundqual. Das bin ich. Jetzt? Jetzt, sagte Deepthor. Beide Männer leckten sich ihre trockenen Lippen. Allerdings glaube ich nicht, setzte Deepthor hinzu, dass sie euch gefallen wird. Es macht doch nichts, sagte Fogue. Wir müssen sie jetzt nur fahren. Jetzt! Jetzt? fragte Deepthor. Ja, jetzt! Also schön, sagte der Computer und versank wieder in Schweigen. Die beiden Männer zappelten nervös hin und her. Die Spannung war unerträglich. Sie wird euch bestimmt nicht gefallen, bemerkte Deepthor. Sag sie uns trotzdem! Na schön, sagte Deepthor. Die Antwort auf die große Frage. Ja? Nach dem Leben, dem Universum und allem, sagte Deepthor. Ja? Lautet, sagte Deepthor und macht eine Pause. Ja? Lautet Ja? 42, sagte Deepthor mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe. Kapitel 28 Es dauerte lange, lange, ehe wieder jemand sprach. Aus den Augenwinkeln sah Fug unten auf dem Platz das Meer gespannter und hoffnungsvoller Gesichter. Jetzt werden sie uns wohl lünchen, was meinst du? flüsterte er. Es war eine sauschwere Aufgabe, sagte Deepthor mit sanfter Stimme. 42, kreischte Lunkua los. Ist das alles nach siebeneinhalb Millionen Jahren Denkarbeit? Ich hab's sehr gründlich nachgeprüft, sagte der Computer. Und das ist ganz bestimmt die Antwort. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich mal ganz ehrlich zu euch sein darf, dass ihr selber wohl nie richtig gewusst habt, wie die Frage lautet. Aber es handelte sich doch um die große Frage, die letzte aller Fragen nach dem Leben, dem Universum und allem, jammerte Lunkua. Ja, sagte Deepthor in einem Ton, als ertrüge er es mit Freuden, mit solchen Idioten zu reden. Aber wie lautet sie denn nun? Ein dumpfes, verblüfftes Schweigen kroch über die Männer weg, als sie erst den Computer anstachten und dann sich. Naja, weißt du, es geht einfach um alles, um alles, schlug Faulk schüchternd vor. Genau, sagte Deepthor wenn ihr erst mal genau wisst, wie die Frage wirklich lautet, dann werdet ihr auch wissen, was die Antwort bedeutet. Oh Gott, grauenhaft, murmelte Faulk, pfefferte sein Notizbuch in die Gegend und wischte sich eine winzige Träne aus dem Auge. Also schön, okay, okay, sagte Lunkual, kannst du uns dann bitte wenigstens die Frage sagen? Die letzte aller Fragen? Ja, nach dem Leben, dem Universum und allem? Ja, Deepthor dachte einen Moment nach. Knifflig, sagte er, aber du kannst sie uns doch sagen, schrie Lunkual. Deepthor dachte wiederum lange nach. Schließlich sagte er mit fester Stimme, nein. Die beiden Männer sanken verzweifelt auf ihre Stühle. Aber ich werde euch sagen, wer das kann, sagte Deepthor Wie auf ein Kommando sahen beide nach oben. Wer? Sag es uns. Arthur fühlte plötzlich, wie er sich langsam, aber unaufhaltsam auf das Schaltpult zubewegte und seine offenbar nicht existente Kopfhaut begann zu kribbeln. Aber es handelte sich lediglich um einen dramatischen Zoom des unbekannten Filmkünstlers, der die Aufnahmen gemacht hatte, stellte Arthur fest. Ich spreche von keinem anderen als von dem Computer, der nach mir kommt, verkündete Deepthor und seine Stimme nahm wieder ihren gewohnten Predigtton an. Ein Computer, dessen simpelste Funktionsparameter zu berechnen ich nicht würdig bin und doch werde ich ihn euch entwerfen. Ein Computer, der die Frage nach der letzten aller Antworten berechnen kann. Ein Computer von so unendlicher und unerhörter Kompliziertheit, dass das organische Leben selbst ein Teil seiner Arbeitsmatrix bildet und ihr selbst werdet neue Gestalt annehmen und in den Computer steigen und sein Zehn Millionen Jahre Programm steuern. Ja, ich werde euch diesen Computer entwerfen und ich werde ihn euch auch benennen und er soll heißen die Erde. Folk glotzte Deepthor an. Sau blöder Name, sagte er und tiefe Schnitte erschienen an seinem ganzen Körper. Auch Lungwohl empfing plötzlich aus dem Nichts grauenhafte Schnittwunden. Das Computer Terminal wurde fleckig und rissig, die Wände bebten und krachten zusammen und das ganze Zimmer stürzte in seine eigene Decke. Slutty Bartfass stand vor Arthur und hielt zwei Drähte in der Hand. Das Band ist zu Ende, erklärte er. Kapitel 29 Seffert aufwachen. Wer? Na komm schon, wach auf. Lass mich im Gotteswillen bloß noch an Sachen ran, von denen ich nichts verstehe, ja? murmelte Seffert und drehte sich von der Stimme weg zum Weiterschlafen um. Willst du, dass ich dir einen Tritt gebe? fragte Fort. Wird dir das eine große Freude? fragte Seffert schlaftrunken. Nein, mir auch nicht. Also was soll's dann? Hör auf, mich zu quälen. Seffert rollte sich wieder zu einer Kugel zusammen. Er hat die doppelte Dosis von dem Gas abgekriegt, sagte Trillian und sah zu ihm runter. Zwei Luftröhren. Und hörte auf zu reden, sagte Seffert. Es ist sowieso schon schwer, ein bisschen Schlaf zu finden. Was ist denn eigentlich mit dem Boden los? Fühlt sich so kalt und hart an. Er ist aus Gold, sagte Fort. Mit so weit erstreckte sich der goldene Boden in jeder Richtung, vollkommen eben und massiv. Er leuchtete wie, man kann es unmöglich in Worte fassen, wie er leuchtete, weil nichts im ganzen Universum so leuchtet wie ein Planet, der durch und durch aus Gold ist. Und wer hat das hier alles hingeschafft? schrie Seffert auf und bekam Stilaugen. Richtig, bloß nicht auf, sagte Fort. Das ist eine Fata Morgana. Wie könnt ihr bloß sowas behaupten? tobte Seffert, ließ sich auf die Hände und Knie fallen und starrte den Boden an. Er piekste mit dem Finger hinein und schlug mit der Faust drauf. Er war sehr schwer und ein kleines bisschen weich. Er konnte ihn mit seinen Fingernägeln ritzen. Er war auch sehr gelb und blank und als er ihn behauchte, schlug sich sein Atem in dieser ganz besonderen und außergewöhnlichen Art und Weise drauf nieder, wie er sich nur auf massivem Gold niederschlägt. Trillian und ich, wir sind schon von der ganzen Weile wieder zu uns gekommen, sagte Ford. Wir schrien und riefen, bis jemand kam, und dann schrien und riefen wir immer weiter, bis sie die Nase voll hatten und uns in starrt ihn enttäuscht an. Ach Mist, sagte er, du weckst mich aus meinem wundervollen Traum, bloß um mir den von jemand anderem zu zeigen? Er setzte sich gekränkt hin. Was sind denn das für Täler da drüben? fragte er. Ein Prägestempel, sagte Ford, wir haben ihn uns schon angesehen. Wir wollten dich nicht eher wecken, sagte Trillian. Auf dem Planeten davor gingen einem die Fische bis zum Knie. Fische? Ach, manchen Leuten gefallen halt die verrücktesten Dinge. Und der davor, sagte Ford, war ganz aus Platin. Bisschen langweilig, aber wir dachten uns, den hier wolltest du vielleicht sehen. Lichtfluten strahlten ihnen in gleißender Helle entgegen, wohin sie auch sahen. Sehr hübsch, sagte Seffert gereizt. Am Himmel tauchte eine riesige grüne Katalognummer auf. Sie blinkte und veränderte sich und als sie sich wieder umsahen, hatte es auch das Land getan. Wie aus einem Munde entrang sich ihnen ein Huch! Das Meer war lila der Strand, auf dem sie lagen, bestand aus winzigen, gelben und grünen Kieseln, wahrscheinlich wahnsinnig kostbaren Kieseln. Die Berge in der Ferne schienen elastisch zu sein und ihre roten Gipfel wogten sacht. Ganz in der Nähe stand ein Strandtischchen aus massivem Silber, daneben ein gekrauster, malvenfarbener Sonnenschirm mit silbernen Trodeln. Anstelle der Katalognummer erschien ein riesiges Schild am Himmel. Darauf stand, ganz gleich welchen Geschmack sie haben, Magrathäer liefert es ihnen. Wir kennen keinen Stolz. Und 500 splitterfasernackte Frauen kamen an Fallschirmen vom Himmel herabgeschwebt. Im selben Augenblick verschwand alles wieder und sie saßen plötzlich inmitten auf einer Frühlingswiese voller Kühe. Oh! sagte Seffert. Oh, meine Gehirne! Möchtest du jetzt darüber reden? fragte Ford. Ja, klar, okay, sagte Seffert und alle drei setzten sich hin und beachteten um sich herum die Szenen nicht mehr, die kamen und gingen. Also, ich vermute folgendes, sagte Seffert. Ganz gleich, was mit meinem Verstand passiert ist, ich hab's selber getan und ich hab's so getan, dass es von den Eignungstests der Regierung nicht herausgefunden werden konnte. Nein, nein, und ich selbst durfte auch nichts davon wissen. Ziemlich verrückt, was? Die beiden anderen nickten zustimmend. Jetzt überlege ich natürlich, was ist so geheim daran, dass ich niemandem erzählen darf, dass ich's weiß. Der galaktischen Regierung nicht, nicht mal mir selber. Und die Antwort lautet? Ich weiß es nicht. Natürlich nicht, aber ich kombiniere ein bisschen rum und komme auf ein paar Vermutungen. Wann beschloss ich mich, um die Präsidentschaft zu bewerben? Kurz nach dem Tod von Präsident Joden Franks. Erinnerst du dich noch an Joden, Ford? Na klar, sagte Ford. Dem Typen sind wir mal begegnet. Da waren wir noch Kinder. Der arkturanische Kapitän, der war ne Wucht. Er schenkte uns Kastanien, als du seinen Megafrachter geentert hast. Er sagte, du wärst der verrückteste Junge, dem er je begegnet wäre. Worum geht's denn bitte? Fragte Trillian. Uralte Geschichten, sagte Ford, als wir noch Kinder auf Bethegös waren. Ah ja, die arkturanischen Megafrachter transportierten die meisten Massengüter vom Zentrum der Galaxis in die Randgebiete. Die bethegösischen Handelsaufklärer spürten die Märkte auf und die Arkturaner belieferten sie. Es gab jede Menge Ärger mit Raumpiraten, bevor sie in den dordelischen Kriegen vernichtet wurden und die Megafrachter mussten mit den fantastischsten Verteidigungswaffen ausgerüstet werden, die die galaktische Wissenschaft kannte. Diese Raumschiffe waren richtige Ungeheuer und riesig. Wenn sie einen Planeten umkreisten, verdunkelten sie die Sonne. Eines Tages beschließt der kleine Zaffetier einst zu überfallen. Auf einem Trijet-Roller, auf dem man bloß in der Stattosphäre ein bisschen rumrollern konnte. Reiner Kinderkram. Ich meine, vergiss es, es war verrückter als eine verrückte Herde Affen. Ich machte die Sau so mit, weil ich eine sichere Wette darüber abgeschlossen hatte, dass er es nicht schafft und nicht wollte, dass er mit irgendwelchen falschen Beweisen wiederkommt. Also gut, was passiert? Wir steigen in diesen Trijet, den er zu was völlig anderem aufgepeppt hatte, legen drei Parsec innerhalb weniger Wochen zurück, enterten einen Megafrachter, ich weiß heute noch nicht wie, marschierten auf die Brücke, fuchtelten mit Spielzeugpistolen rum und verlangten Kastanien. Eine verrücktere Sache habe ich meinen Lebtag nicht erlebt. Hab das Taschengeld eines ganzen Jahres dabei verloren. Für was? Kastanien. Der Kapitän, Joden Franks, war so ein richtig toller Kerl. Sagte Seffert, er gab uns zu essen, zu saufen, Zeugs aus wirklich seltsamen Gegenden der Galaxis, natürlich auch Massen von Kastanien und wir verlebten einfach eine unglaublich schöne Zeit. Dann teleportierte er uns zurück in den Hochsicherheitstrakt des pittigösischen Staatsgefängnisses. Er war ein cooler Typ, schließlich wurde er Präsident der Galaxis. Seffert unterbrach sich. Die Szene um sie herum war im Augenblick in Düsternis getaucht, dunkle Nebelschleier umkreisten sie und riesenhafte Gestalten lauerten undeutlich in den Schatten. Hin und wieder gelten die Schreie irgendwelcher imaginärer Wesen durch die Luft, die andere imaginäre Wesen umbrachten. Offenbar hatten genügend Leute solche Sachen gemocht, dass es sich lohnte, ein Geschäft daraus zu machen. Fort, sagte Seffert leise. Ja. Kurz zu seinem Tod kam Joden mich besuchen. Was? Was hast du mir nie erzählt? Nein. Und was sagte er? Was wollte er von dir? Er erzählte mir von der Herz aus Gold. Es war seine Idee, dass ich sie stehlen sollte. Seine Idee? Ja, sagte Seffert, und die einzige Möglichkeit, das zu tun, war am feierlichen Stapellauf teilzunehmen. Fort starrte ihn einen Augenblick verblüfft an, dann brach er ein schallendes Gelächter aus. Willst du damit etwas sagen, lachte er, dass du nur deshalb Präsident der Galaxis werden wolltest, um dieses Raumschiff zu klauen? So ist es, sagte Seffert, mit einem Grinsen, für das man die meisten Leute in die Gummizelle stecken würde. Aber wieso denn, fragte Fort, warum ist denn das so wichtig, dieses Raumschiff zu besitzen? Keine Ahnung, sagte Seffert. Ich glaube, wenn ich wirklich gewusst hätte, was so wichtig an ihm ist und wozu ich es gebrauchen würde, dann wäre das bei den Gehirneignungstests rausgekommen und ich hätte nie bestanden. Ich glaube, Joden hat mir eine Menge Dinge erzählt, die mir noch immer verborgen sind. Du meinst also, weil Joden mit dir geredet hat, fängst du jetzt an in deinem Gehirn rumzustöbern? Er war ein irrsinnig guter Redner. Ja, okay, aber Seffert, alter Junge, du musst da ein bisschen auf dich aufpassen, verstehst du? Seffert zuckte die Achseln. Ich meine, schwarnt dir nicht irgendwas, wo der Grund für all das liegen könnte? fragte Ford. Seffert dachte angestrengt darüber nach und es schienen ihm Zweifel zu kommen. Nein, sagte er schließlich. Es hat den Anschein, als ließe ich mich selbst nicht in meine Karten gucken. Trotzdem, setzt er nach kurzem Nachdenken hinzu, kann ich das verstehen. Ich würde mir selbst auch nicht weitertrauen, als eine Ratte spucken kann. Ein Augenblick darauf löste sich der letzte Planet aus dem Katalogangebot unter ihnen auf und die reale Welt nahm wieder Gestalt an. Sie saßen in einem feudalen Wartezimmer, das mit Glastischen und Preisplaketten für künstlerische Formgebung vollgestopft war. Ein hochgewachsener Magratianer stand vor ihnen. Die Mäuse möchten euch jetzt sprechen, sagte er. Kapitel 30 So, nun weißt du Bescheid, sagte Slati Bartfass, während er den kraftlosen und mechanischen Versuch unternahm, ein bisschen von dem fürchterlichen Durcheinander in seinem Atelier wegzuräumen. Er nahm von einem Stapel ein Blatt Papier, aber dann hatte er keine Idee, wo er es sonst hinlegen könnte, also legte er es wieder Deep Thought hat die Erde entworfen, wir haben sie gebaut und du hast auf ihr gelebt. Und die Vogonen kamen und zerstörten sie fünf Minuten bevor das Programm abgewickelt war, fügte Arthur nicht ohne Bitterkeit hinzu. Ja, sagte der alte Mann, machte eine Pause und blickte sich verzagt im Zimmer um. Zehn Millionen Jahre Planung und Arbeit einfach per Du. Zehn Millionen Jahre Erdling, kannst du dir so viel Zeit überhaupt vorstellen? Eine galaktische Zivilisation könnte sich in dieser Zeit fünfmal hintereinander vom Wurm bis zur Unwahrscheinlichkeitstheorie entwickeln. Einfach futsch. Wieder machte er eine Pause. Naja, für dich sind das ja alles böhmische Dörfer, setzte er hinzu. Ach, wissen Sie, sagte Arthur nachdenklich, all das erklärt mir vieles. Mein ganzes Leben hatte ich das komische, unerklärliche Gefühl, irgendwas ginge vor in der Welt, irgendwas Gewaltiges, vielleicht sogar Böses, und niemand könne mir sagen, was das sei. Nein, sagte der Alte, das ist nur ganz normale Paranoia, die hat jeder im Universum. Na, wenn das jeder hat, vielleicht bedeutet das ja irgendwas, vielleicht das irgendwo außerhalb des Universums, vielleicht. Wen kümmert's, sagte Slati Bartfass, ehe Arthur noch weiter in Fahrt kommen konnte. Vielleicht bin ich zu alt und zu müde, fuhr er fort, aber ich glaube halt, dass die Chancen herauszufinden, was wirklich vor sich geht, so lächerlich klein sind, dass man sich bloß sagen kann, schlag's dir aus dem Hirn und zieh zu, dass du was Nützliches tust. Sieh dir mich an, ich entwerfe Küsten, für Norwegen habe ich einen Preis gekriegt. Er kramte in einem Stapel alter Sachen rum und zog schließlich einen großen Block aus Plexiglas hervor, in den sein Name und eine Karte von Norwegen eingraviert war. Was für einen Sinn hat das alles, sagte er, ich habe keinen entdecken können. Mein ganzes Leben habe ich Fjorde gemacht, kurze Zeit werden sie Mode und man kriegt einen bedeutenden Preis dafür. Achselzuckend drehte er das Ding in seinen Händen herum, dann warf er es achtlos beiseite, aber nicht so achtlos, dass es nicht auf was Weichem gelandet wäre. An dieser Ersatzerde, die wir bauen, haben sie mir Afrika übertragen und natürlich mache ich es jetzt mit lauter Fjorden, weil ich sie nun mal mag und so altmodisch bin, dass ich meine, sie verleihen in einem Kontinent was herrlich barockes, aber man sagt mir, sie sind nicht äquatorial genug, äquatorial, er lachte dumpf auf, was soll's, die Wissenschaft hat natürlich ein paar erstaunliche Dinge vollbracht, aber ich bin doch lieber jeden Tag glücklich als im Recht. Und sind sie das denn? Nein, da liegt ja der Hund begraben. Schade, sagte Arthur voller Anteilnahme, es klang irgendwie nach einem guten Lebensstil. Irgendwo an der Wand blinkte eine kleine weiße Lampe auf. Komm, sagte Slati Bartfass, die Mäuse erwarten dich, deine Ankunft hier auf dem Planeten hat ziemlich viel Wirbel gemacht, wie ich höre, wurde sie bereits das dritt unwahrscheinlichste Ereignis in der Geschichte des Universums genannt. Was waren denn die anderen beiden? Ach, wahrscheinlich bloß Zufälle, sagte Slati Bartfass gleichgültig. Er öffnete die Tür und wartete, dass Arthur ihm folgte. Arthur blickte sich noch einmal um, sah an sich runter, auf seine verschwitzten und zerknitterten Sachen, in denen er Donnerstagmorgen im Matsch gelegen hatte. Mit meinem Lebensstil scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben, mummelte er. Wie bitte? fragte der alte Mann sanft. Ach, nichts, sagte Arthur Lablussenwitz. Kapitel 31 Es ist natürlich allgemein bekannt, dass unüberlegtes Reden tödlich sein kann, aber das volle Ausmaß dieses Problems wird nicht immer erkannt. Als Arthur zum Beispiel mit meinem Lebensstil scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben sagte, öffnete sich genau im selben Augenblick ein Wurmloch im Gefüge des Raum-Zeit- Kontinuums und trug diese Worte weit, weit zurück durch die Zeit und durch fast unendliche Räume zu einer fernen Galaxis, in der sich sonderbare kriegerische Wesen kurz vor einer grauenhaften interstellaren Schlacht gegenüber standen. Die beiden gegnerischen Anführer kamen ein letztes Mal zusammen. Eine fürchterliche Stille senkte sich über den Konferenztisch, als der Befehlshaber der Vlurks prächtig anzuschauen, schwarzen Edelsteinen besetzten Kampfshorts, dem Anführer der Gugwunst fest ins Auge sah, der ihm gegenüber in einer grünen süß duftenden Wolke hockte und mit der Macht von einer Million rasanter grausam waffenstarrender Kampfraumschiffe hinter sich, die nur darauf warteten, auf ein einziges Kommandowort elektrischen Tod zu sehen, forderte er diese niederträchtige Kreatur auf, augenblicklich zurückzunehmen, was er über seine Mutter gesagt hatte. Diese Kreatur regelte sich in ihrem widerlichen, dampfendem Brodem und genau in diesem Augenblick schwebten die Worte – mit meinem Lebensstil scheine ich ja wirklich enorme Schwierigkeiten zu haben – über den Konferenztisch. Unglücklicherweise war das in der Velourg-Sprache die entsetzlichste Beleidigung, die man sich vorstellen kann und darauf gab es als Antwort den fürchterlichsten jahrhundertelangen Krieg. Als sie im Verlauf von mehreren tausend Jahren ihre Galaxis so ziemlich dezimiert hatten, kamen sie natürlich schließlich dahinter, dass das Ganze ein grässliches Versehen war. Die gegnerischen Kampfflotten legten ihre wenigen, noch verbliebenen Differenzen bei und formierten sich zu einem gemeinsamen Angriff auf unsere Galaxis, die nun eindeutig als die Quelle der beleidigenden Bemerkung feststand. Tausende von weiteren Jahren zogen die mächtigen Raumschiffe durch die leeren Einöden des Alls und senkten sich schließlich kreischend auf den erstbesten Planeten herunter, der zufällig die Erde war, wo die gesamte Kampfflotte aufgrund einer schrecklichen Fehlberechnung der wirklichen Größenverhältnisse per Zufall von einem kleinen Hündchen verschluckt wurde. Diejenigen, die sich mit den komplizierten Wechselwirkungen zwischen Ursache und Wirkungen der Geschichte des Universums befassen, sagen, dass sich solche Dinge ständig ereignen, dass sie aber machtlos dagegen seien. So ist das Leben halt, sagen sie. In einer kurzen Fahrt trug das Luftauto Arthur und den alten Magratianer vor ein Portal. Sie stiegen aus und betraten ein Wartezimmer, das mit Glastischen und Plexiglas-Diplom vollgestopft war. Fast augenblicklich leuchtete über der Tür auf der anderen Seite des Zimmers eine Lampe auf und sie traten ein. Arthur, du bist gerettet, rief eine Stimme. Ach, wirklich? sagte Arthur ziemlich verblüfft. Na, prima. Das Licht war recht gedämpft und es dauerte ein paar Augenblicke, bis er Fort, Trillian und Zafford erkannte, die um einen großen Tisch saßen, der mit exotischen Gerichten, fremdartigem Zuckerwerk und bizarren Früchten wunderschön gedeckt war. Sie futterten wie Scheuendrescher. Was war denn mit euch? fragte Arthur. Ach, sagte Zafford und machte sich über ein knochiges Stück gegrilltes Fleisch her. Unsere Gastgeber hier haben uns nur ein bisschen mit Gas betäubt und um den Verstand gebracht und sich überhaupt sehr eigenartig benommen und uns jetzt hier zur Versöhnung zu dieser fabelhaften Völlerei eingeladen. Hier, sagte er und zog einen übel riechenden Brocken Fleisch aus einer Schüssel. Probier doch mal Nashornrippchen aller Wege. Köstlich, wenn man sowas zufällig mag. Gastgeber, fragte Arthur, was denn für Gastgeber, ich sehe überhaupt keine. Eine piepsige Stimme sagte, willkommen und guten Appetit, Erdling. Arthur guckte sich um und schrie plötzlich auf. Huch, rief er, da sitzen ja Mäuse auf dem Tisch. Es trat ein verlegenes Schweigen ein und alle sahen Arthur missbilligend an. Er konnte seinen Blick nicht von den zwei weißen Mäusen losreißen, die in sowas ähnlichem wie Whisky Gläsern saßen. Er bemerkte die Stille und starrte verwundert in die Runde. Oh, sagte er und ihm ging plötzlich ein Licht auf. Entschuldigung, ich war einfach nicht darauf gefasst, dass... Darf ich vorstellen? sagte Trillian. Arthur, das ist Benji Maus. Hi, sagte die eine von den beiden Mäusen. Ihre Schnurrbarthaare strichen im Inneren ihres Whisky Glas ähnlichen Gefärts auf, sowas wie einer Sensortaste entlang und das Ding bewegte sich ein Stückchen auf ihn zu. Und das hier ist Frankie Maus. Die andere Maus sagte sehr angenehm und machte dasselbe wie die erste. Arthur staunte. Aber sind das nicht... Ja, sagte Trillian, das sind die Mäuse, die ich von der Erde mitgebracht habe. Sie sah ihm fest in die Augen und Arthur meinte, er hätte die Andeutung eines resignierten Achselzuckens bemerkt. Würdest du mir mal eben die Schüssel mit dem arktorianischen Megaeselspüree reichen, sagte sie. Slati Bartfass hüstelte höflich. Äh, pardon, sagte er. Ja, vielen Dank, Slati Bartfass, sagte Benji Maus scharf. Du kannst jetzt gehen. Was? Ja, natürlich, sagte der alte Mann leicht verblüfft. Ich gehe dann also und entwerfe noch ein paar Fjorde. Ach, das wird wohl nicht mehr nötig sein, sagte Frankie Maus. Es sieht fast so aus, als brauchten wir die neue Erde nun doch nicht mehr. Er rollte seine kleinen rosa Augen. Jetzt, wo wir einen Bewohner dieses Planeten gefunden haben, der noch Sekunden vor seiner Zerstörung dort war. Was? rief Slati Bartfass erschrocken aus. Das kann doch nicht ihr ernst sein. Ich habe tausend Gletscher fertig, die bloß drauf warten, sich über Afrika hinweg zu wälzen. Na, vielleicht machst du da schnell noch einen kleinen Skiurlaub, ehe du sie wieder auseinander nimmst, sagte Frankie bissig. Skiurlaub, rief der alte Mann, diese Gletscher sind Kunstwerke, elegant modellierte Konturen, heere Eisgipfel, Tiefe, majestätische Schluchten, es wäre Gotteslästerung, auf so hoher Kunst Ski zu laufen. Danke, Slati Bartfass, sagte Benji bestimmt, das wäre alles. Ja, Sir, sagte der alte Kühl, vielen Dank, tja, also, auf Wiedersehen, Erdling, sagte er zu Arthur, ich hoffe, du schaffst es noch mit deinem Lebensstil. Er nickte der übrigen Gesellschaft kurz zu, drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Arthur starrte ihm nach und wusste nicht, was er sagen sollte. Nun kommen wir, sagte Benji Maus, auf das Geschäft. Fort und Zathard stießen mit ihren Gläsern an. Auf das Geschäft, sagten sie. Wie bitte? fragte Benji Maus. Fort blickte sich um. Pardon, ich dachte, sie bringen einen Toast aus, sagte er. Die beiden Mäuse trippelten ungeduldig in ihren gläsernen Fahrzeugen rum. Endlich beruhigten sie sich wieder und Benji kam auf Arthur zu gefahren. Also Erden Erden Wesen band er sich an ihn. Es sieht folgendermaßen aus. Wir haben, wie du weißt, deinen Planeten die letzten zehn Millionen Jahre mehr oder weniger regiert, um hinter diese verdammte Sache mit der letzten Frage zu kommen. Warum? fragte Arthur scharf. Nein, an die haben wir auch schon gedacht, sagte Frankie, der Benji ins Wort fiel. Aber die passt nicht zur Antwort. Warum? 42, du siehst, das haut nicht hin. Nein, sagte Arthur, ich wollte sagen, warum haben sie das alles gemacht? Ach, jetzt verstehe ich, sagte Frankie. Tja, um ganz ehrlich zu sein, letztlich wohl einfach aus Gewohnheit. Und das ist mehr oder weniger der Kern der Sache. Uns hängt die ganze Geschichte meterlang zum Hals raus. Und die Aussicht, nur wegen dieser total von der Muffe gepufften Wogon noch mal ganz von vorn beginnen zu müssen, jagt mich offengesagt die Wände hoch. Verstehst du, was ich meine? Es war das reinste Glück, dass Benji und ich mit unserem Spezialauftrag schon fertig waren und den Planeten schon etwas eher zu einem kleinen Urlaub verlassen hatten. Seitdem haben wir uns durch die gütige Vermittlung deiner Freunde hierher nach Magrathea zurückgetrickst. Magrathea ist ein Zugang zurück in unsere Dimension, warf Benji ein. Inzwischen, fuhr sein mausiger Kollege fort, sind uns als ganz dicke Fische die Talkshow und eine Vortragsreihe im 5D-Fernsehen unserer Heimatdimension angeboten worden und wir haben große Lust da einzusteigen. Hätte ich auch was fort, quatschte Zafford dazwischen. Klar, sagte Fort, sofort und auf der Stelle. Arthur sah die beiden an und verstehst du, sagte Frankie. Ich meine, im Grunde benötigen wir halt immer noch die letzte Frage in der einen oder anderen Form. Zafford beugte sich zu Arthur vor. Verstehst du, sagte er, wenn sie dann im Studio sitzen, ganz entspannt aus der Wäsche gucken und nicht wahr, ganz beiläufig erwähnen, dass sie zufällig die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem haben und dann schließlich zugeben müssen, dass sie 42 lautet, dann dürfte die Show ziemlich schnell vorbei sein, keine Fortsetzung, verstehst du? Wir müssen etwas haben, was gut klingt, sagte Benji. Etwas, was gut klingt, rief Arthur, eine letzte Frage, die gut klingt, wenn sie von ein paar Mäusen gestellt wird? Die Mäuse schnappten hörbar ein. Also, ich meine Idealismus, schön und gut, die Würde von Forschung und Wissenschaft, schön und gut, die Suche nach der Wahrheit in jeglicher Gestalt, schön und gut, aber irgendwann, tut mir leid, kommt man allmählich zu der Überzeugung, dass die reine Wahrheit, wenn es überhaupt eine gibt, so lautet, die ganze vieldimensionale Unendlichkeit des Universums wird aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Rudel Irrer regiert. Und wenn man sich überlegt, was ist schnappen und abhauen, dann wäre für mich zum Beispiel alles klar, sagte Frankie. Aber, fing Arthur bekümmert an, Mann, kapier doch endlich, Erdling, fuhr Seffer dazwischen, du bist ein Produkt der letzten Generation der Computermatrix, stimmt's? Und du warst bis zu dem Augenblick dort, als dein Planet Saures kriegte, nicht? Äh, also war dein Gehirn ein organischer Bestandteil des vorletzten Stadiums des Computerprogramms, sagte Ford für alle verständlich, wie er meinte. Stimmt's? fragte Seffer. Naja, sagte Arthur zögernd, er hatte sich eigentlich nie als organischer Bestandteil von irgendwas gefühlt, das war ja auch immer eines seiner Probleme. Mit anderen Worten, sagte Benji und steuerte mit seinem merkwürdigen kleinen Fahrzeug auf Arthur zu, es besteht die wohlbegründete Aussicht, dass die Struktur des ganzen Rätsels in die Struktur deines Gehirns reinschiffriert worden ist, deswegen wollen wir es dir abkaufen. Was? Das Geheimnis? fragte Arthur. Ja, sagten Ford und Trillion. Für eine Riesensumme, sagte Seffer. Aber nicht doch, sagte Frankie. Das Gehirn wollen wir dir abkaufen. Was? Wer würde es schon vermissen? setzte Benji hinzu. Ich dachte, ihr hättet gesagt, ihr könnt sein Gehirn elektronisch lesen, protestierte Ford. Ja, sagte Frankie. Aber dazu müssen wir es erst rausholen. Man muss es präparieren und behandeln, sagte Benji. Und den Scheiben schneiden. Nein, vielen Dank, rief Arthur, kippte seinen Stuhl um und wich entsetzt vom Tisch zurück. Man könnte es jederzeit ersetzen, sagte Benji einlenkend. Falls du es für so wichtig hältst. Ja, durch ein Elektrogehirn, sagte Frankie. Ein ganz simples würde ja genügen. Ein ganz simples, beschwerte sich Arthur. Na klar, sagte Seffert und setzte plötzlich ein ganz übles Grinsen auf. Man braucht es ja nur mit Was und verstehe ich nicht und wo gibt's hier Tee zu programmieren? Niemand würde den Unterschied bemerken. Was? schrie Arthur und wich noch weiter zurück. Versteht ihr, was ich meine? sagte Seffert und heulte im gleichen Moment wegen irgendwas, das Trillian mit ihm gemacht hatte vor Schmerz auf. Ich würde aber den Unterschied merken, sagte Arthur. Nein, das würdest du nicht, sagte Frankie Maus. Man würde dich entsprechend programmieren. Ford nahm Kurs auf die Tür. Na dann tut mir leid geliebte Mausefreunde, sagte er. Ich glaube so kommen wir nicht ins Geschäft. Ich glaube eher wir kommen so oder so ins Geschäft, sagten die Mäuse im Chor und aller Scham wich im selben Augenblick aus ihren piepsigen kleinen Stimmen. Mit einem kaum hörbaren jaulenden Kreischen erhoben sich ihre gläsernen Vehikel vom Tisch und schwebten durch die Luft auf Arthur zu, der weiter nach hinten in eine etwas unübersichtliche Ecke stolperte, absolut außerstande etwas zu unternehmen oder an etwas zu denken. Trillion packte ihn verzweifelt am Arm und zerrte ihn Richtung Tür, die Ford und Seffert mit allen Kräften zu öffnen versuchten, aber Arthur war nicht von der Stelle zu bringen, er war wie hypnotisiert von den Air Force Nagern, die auf ihn losstürzten. Sie schrien an, aber er glotzte bloß wie gebannt. Mit einem letzten Ruck bekamen Ford und Seffert die Tür auf. Draußen stand eine kleine Rotte ziemlich hässlicher Leute, die, Geräte, die sie bei sich hatten, waren alles andere als schön. Sie griffen an. So standen also die Aktien. Arthur war drauf und dran, den Kopf aufgemeißelt zu kriegen, Trillion war außerstande, ihm zu helfen, und über Ford und Seffert fiel jeden Augenblick ein Trupp Rowdies her, die viel stärker und besser bewaffnet waren als sie. Alles in allem war es also ein ungeheurer Glücksfall, dass genau in dem Moment alle Sirenen des Planeten ohrenbetäubend zu heulen anfingen. Kapitel 32 Achtung, Achtung, schmetterten die Alarmlautsprecher überall in Magrathäa, feindliches Raumschiff auf unserem Planeten gelandet, bewaffnete Eindringlinge in Sektor 8a, Verteidigungsposition einnehmen, Verteidigungsposition einnehmen. Die beiden Mäuse schnupperten irritiert an den Scherben ihrer gläsernen Luftschiffe, die auf dem Boden lagen. Verdammt, murmelte Frankie Maus, dieser ganze Trubel bloß wegen zwei Pfund Erdlingshirn. Er trippelte hin und her, seine rosa Äuglein blitzten und sein feines weißes Fell sträubte sich elektrisiert. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, sagte Benji, der da hockte Das ist eine Frage aus dem Zylinder zu zaubern, die plausibel klingt. Schwierig, sagte Frankie. Er dachte nach. Wie wäre es mit Was ist gelb und sehr gefährlich? Benji grübelte einen Augenblick darüber nach. Nein, die ist nicht gut, sagte er. Passt nicht zur Antwort. Für ein paar Sekunden versanken sie wieder ins Schweigen. Okay, sagte Benji. Wie viel ist sechs mal sieben? Nein, nein, das ist zu billig, zu Frankie. Das würde die Wetten abschlaffen lassen. Wieder dachten sie nach. Dann sagte Frankie. Was hältst du davon? Wie viele Straßen muss der Mensch entlang spazieren? Ah, sagte Benji. Ah, ja, das hört sich recht vielversprechend an. Er ließ sich den Satz ein paar Mal auf der Zunge zergehen. Ja, sagte er schließlich. Ganz ausgezeichnet. Hört sich sehr bedeutend an, ohne dass es uns an irgendeine bestimmte Bedeutung bindet. Wie viele Straßen muss der Mensch entlang spazieren? 42. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, damit legen wir sie aufs Kreuz. Frankie, Baby, wir sind gemachte Leute. Sie vollführten einen wilden Freudentanz. Neben ihnen lagen mehrere ziemlich hässliche Leute am Boden, die mit ein paar schweren Preisplaketten für künstlerische Formgebung eins auf die Nuss bekommen hatten. Eine halbe Meile entfernt stampften vier Gestalten einen Korridor entlang und suchten einen Ausgang. Sie landeten in einer weiten lichten Computerhalle. Gehetzt sahen sie sich um. Wo geht's lang? Was meinst du Seffert? sagte Ford. So auf die Schnelle würde ich sagen, hier lang, sagte Seffert, der nach rechts rannte zwischen einem Computer und der Wand lang. Als die anderen hinter ihm her wollten, brachte ihn ein Energiestrahl aus einer Kilo Sepp, der Zentimeter vor ihm durch die Luft krachte und ein kleines Stück aus der Wand heraus senkte, urplötzlich zum Stehen. Eine Megafonstimme schrie, okay Bibelbrox, kein Schritt weiter, du sitzt in der Falle. Oh Bullen, zischte Seffert und machte gebückt Kehrt. Kannst du nicht mal schnell sagen, in einem Gang zwischen zwei Computerreihen weiter. Am Ende des Ganges tauchte eine schwer bewaffnete Gestalt im Raumanzug auf, die mit einer von diesen bösartigen Kilo Sepp Pistolen herumfuchtelte. Wir haben keine Lust dich zu erschießen, Bibelbrox, brüllte die Gestalt. Och, das höre ich gerne, brüllte Seffe zurück und tauchte in eine breite Lücke zwischen zwei Datenspeichern. Die anderen hechteten hinter ihm her. Sie sind zu zweit, sagte Trillian. Wir sitzen in der Tinte. Sie quetschten sich zwischen einer riesigen Computer Datenbank und der Wand in eine Ecke. Sie warteten mit angehaltenem Atem. Plötzlich zerfetzten Energiestrahlenbündel die Luft, als beide Polizisten gleichzeitig das Feuer auf sie eröffneten. Da hast du's, sie schießen doch auf uns, sagte Arthur, der sich zu einer kleinen Kugel zusammengekauert hatte. Ich dachte, sie hätten gesagt, sie wollen das nicht tun. Ja, ich meine auch, das hätten sie gesagt, stimmte Ford zu. Seffert streckte einen gefährlichen Moment lang einen seiner Köpfe hoch. Hör, sagte er, ich dachte, ihr hättet gesagt, ihr wolltet uns nicht erschießen. Er duckte sich sofort wieder. Sie warteten. Nach einer Weile antwortete eine Stimme. Man hat's nicht leicht als Polizist. Was hat er gesagt? Flüsterte Ford verwundert. Er hat gesagt, er hätte es nicht leicht als Polizist. Na, das ist doch wohl sein Problem, oder? Möchte ich eigentlich auch sagen. Ford brüllte los. Hey, hör mal zu, ich glaube, wir haben schon selber genug Probleme, wenn ihr auf uns schießt. Aber wenn ihr es unterlassen könntet, uns auch noch eure Probleme aufzuhalsen, kämen wir, glaube ich, alle leichter miteinander aus. Wieder eine Pause, dann von neuem das Megafon. Nun hör mir mal gut zu, Herzchen, sagte die Megafon-Stimme. Du hast es hier nicht mit irgendwelchen dämlichen schießwütigen Idioten, mit dem Husch und Pony und kleinen Schweinsaugen und einem Wortschatz von drei Wörtern zu tun. Wir sind ein der Gegend rum und schieße ohne Grund auf Leute, um mich damit in irgendwelchen miesen Raumpatrouillekneipen dick zu tun. Ich flitze in der Gegend rum und schieße ohne Grund auf Leute, um mich hinterher stundenlang bei meiner Freundin darüber auszuheulen. Und ich dichte Romane, fiel ihm der andere Polizist ins Wort. Denn auch noch keiner erschienen ist. Ich warne euch also, ich bin mies gelaunt. Vor Ort wären beinahe die Augen aus dem Kopf gefallen. Wer sind denn bitte diese Kerle? Fragte er. Keine Ahnung, sagte Seff. Ich glaube, mir ist es lieber, wenn sie schießen. Also, ergebt ihr euch freiwillig? Schrie wieder einer von den beiden Bullen. Oder wollt ihr, dass wir euch da raussprengen? Was wäre die denn lieber? Schrie Ford zurück. Eine Millisekunde später fing die Luft um sie rum wieder zu braten an, als aus den Kilo-Seps eine Strahlengarbe nach der anderen in den Computerspeicher vor ihnen zischte. Der Strahlenhagel ging noch ein paar Sekunden in der gleichen wahnsinnigen Stärke weiter. Als er aufhörte, war es ein paar Sekunden fast ganz still, während die Echos verhalten. Seid ihr noch da? Schrie einer der Polizisten. Ja, riefen sie zurück. Wir haben das eben gar nicht gern getan, schrie der andere Polizist. Das haben wir gemerkt, rief Ford. Hör mal zu, Bibelbrox. Und ich rate dir, sperr die Ohren gut auf. Warum? Schrie Seff zurück. Weil, schrie der Polizist, es sich um was sehr Intelligentes und äußerst Interessantes und Humanes handelt. Also, entweder ihr ergebt euch jetzt alle auf der Stelle und wir verdreschen euch ein bisschen. Natürlich nicht sehr fest, denn wir sind absolut gegen jede nutzlose Gewalt. Oder wir sprengen den ganzen Planeten in die Luft. Und vielleicht ein oder zwei andere, die uns auf dem Weg hierher aufgefallen sind, gleich noch mit dazu. Aber das ist doch Wahnsinn, rief Trillian. Das könnt ihr doch nicht einfach machen. Oh, doch, das können wir, schrie der Polizist. Oder hätte er nicht, fragte er seinen Kollegen. Oh, doch, das müssen wir sogar. Ganz ohne Frage, rief der andere Polizist zurück. Aber wieso denn, fragte Trillian. Weil man eben bestimmte Dinge tun muss, auch wenn man ein aufgeklärter liberaler Polizist ist, der über Feingefühl und so weiter verfügt. Nicht zu fassen, diese Typen, murmelte Ford und schüttelte den Kopf. Der eine Polizist rief dem anderen zu, sollten wir nicht noch ein bisschen auf sie schießen? Klar, warum nicht? Wieder ließen sie elektrisches Sperrfeuer auf sie los. Die Hitze und der Lärm waren einfach ungeheuerlich. Die Computerdatenbank löste sich langsam in ihre Bestandteile auf. Die Vorderseite war fast ganz weggeschmolzen und dickflüssige Becher aus geschmolzenem Metall suchten sich ihren Weg dorthin, wo unsere vier Freunde hockten. Die verkrochen sich noch weiter nach hinten und warteten auf das Ende. Kapitel 33 Aber das Ende kam nicht. Zumindest noch nicht. Ganz plötzlich hörte das Schießen auf und in der nachfolgenden Stille waren nur noch ein paar unterdrückte Gluckser und dumpfe Aufschläge zu hören. Die vier starrten sich an. Was ist passiert? Fragte Arthur. Sie haben aufgehört, sagte Seffet achselzuckend. Wieso bloß? Keine Ahnung. Willst du hingehen und fragen? Nein. Sie warteten. Hallo, rief Ford. Keine Antwort. Das ist ja komisch. Vielleicht ist es eine Falle. So klug sind die nicht. Oh, was hat da so gebumst? Keine Ahnung. Sie warteten noch ein bisschen. Okay, sagte Ford. Ich gehe mal nachsehen. Er sah von einem zum anderen. Sag denn keiner, nein, das kannst du doch unmöglich machen. Lass mich lieber gehen. Alle schüttelten die Köpfe. Na schön, sagte er und stand auf. Ein Augenblick lang passierte gar nichts. Dann, ungefähr nach einer Sekunde oder so, passierte immer noch nichts. Ford spähte durch den dicken Qualm der aus dem brennenden Computer quoll. Vorsichtig trat er aus der Deckung. Noch immer passierte nichts. 20 Meter vor sich konnte er durch den Rauchwaage die Gestalt des einen Polizisten im Raumanzug erkennen. Er lag zusammengesunken auf dem Boden. 20 Meter in der entgegensetzten Richtung lag der Zweite. Sonst war weit und breit niemand zu erblicken. Das kam Ford äußerst merkwürdig vor. Langsam und gespannt ging er auf den Ersten zu. Der Mann lag beruhigend still da, während er sich ihm näherte. Und er lag auch immer noch beruhigend still da, als er bei ihm angekommen war und seinen Fuß auf die Killosep-Pistole setzte, die von seinen schlaffen Fingern baumelte. Er bückte sich und hob sie auf. Der Polizist wehrte sich nicht. Er war eindeutig tot. Ein rascher Blick zeigte ihm, dass der Mann von Blagulon Kappa kam. Er gehörte einer methanabhängigen Bioform an und war zum Überleben in der dünnen Sauerstoffatmosphäre Magrathias auf seinen Raumanzug angewiesen. Der winzige Computer des Versorgungssystems in seinem Rucksack schien ganz unerwartet explodiert zu sein. Ford betrachtete sich ihn erstaunt von allen Seiten an. Diese Miniaturcomputer wurden normalerweise vom Hauptcomputer im Raumschiff gesteuert, mit dem sie über ein Sub-Ether direkt verbunden waren. So ein System war in allen Situationen pannensicher. Es sei denn, es gab eine totale Rückkopplung, wovon man aber noch nie was gehört hatte. Er flitzte rüber zu dem anderen am Boden liegenden Mann und entdeckte, dass ihm genau dasselbe Unvorstellbare zugestoßen war. Wahrscheinlich genau zur gleichen Zeit. Er rief die anderen, die genauso verblüfft waren wie er, nur nicht so neugierig. Bloß schnell raus hier, sagte Seffert. Falls es das hier gibt, wonach ich angeblich suche, ich will es nicht mehr haben. Er schnappte sich die zweite Kilo-Zap, streckte damit einen absolut harmlosen Rechencomputer nieder und eilte gefolgt von den anderen hinaus auf den Korridor. Um ein Haar hätte er gleich noch ein Luftauto aus dem Weg geräumt, das ein paar Meter weiter auf sie wartete. Das Luftauto war leer, aber Arthur erkannte es als das von Slati Badfas wieder. An einer Ecke des kümmerlichen Armaturenbretts klemmte ein Zettel von ihm. Darauf war ein Pfeil gemalt, der auf einen der Schalter zeigte. Unter dem Pfeil stand, dieser Knopf hier ist wahrscheinlich der empfehlenswerteste. Kapitel 34 Das Luftauto schoss sie mit einer Geschwindigkeit von über 17 r durch die Stahltunnel raus, auf die entsetzliche Oberfläche des Planeten, der im Augenblick schon wieder von diesem trostlosen Morgenzwielicht beschienen wurde. Ein widerliches graues Licht gefror über dem Land. R ist eine Geschwindigkeitseinheit, die sich aus der vernünftigen Reisegeschwindigkeit errechnet, die der Gesundheit und dem geistigen Wohlbefinden zuträglich ist und den Reisenden nicht mehr als, sagen wir mal, 5 Minuten zu spät kommen lässt. Es handelt sich also eindeutig um eine je nach den Umständen fast beliebig veränderliche Zahl, da die ersten beiden Faktoren sich nicht nur mit der Geschwindigkeit als Absolutum verändern, sondern auch mit der Erkenntnis des dritten Faktors. Wenn man hierbei nicht mit äußerster Gelassenheit vorgeht, kann diese Gleichung zu erheblichem Stress, zu Magengeschwüren, ja, zum Tode führen. 17 r ist keine bestimmte Geschwindigkeit, aber sie ist auf alle Fälle viel zu hoch. Das Luftauto raste also mit 17 r und schneller durch die Luft, setzte unsere Freunde neben der Herz aus Gold ab, die starr wie ein gebleichter Knochen auf dem gefrorenen Boden lag und sauste Hals über Kopf wieder zurück in die Richtung, aus der es eben gekommen war. Wahrscheinlich wegen einer dringenden Privatangelegenheit. Schlottern standen die vier da und sahen sich ihr Raumschiff an. Daneben stand noch eins. Es war das Polizeiraumschiff von Blagulon Kappa, eine knollige, haifischförmige Angelegenheit, schiefergrün gespritzt und mit schwarzen Schablonbuchstaben unterschiedlicher Größe und Feindseligkeit über und über bedeckt. Die Buchstaben klärten jeden, der sich die Mühe machte, sie zu lesen, darüber auf, woher das Raumschiff kam, zu welcher Polizeiabteilung es gehörte und wo die Stromzuführungen anzuschließen waren. Es wirkte irgendwie ganz unnatürlich dunkel und still, selbst für ein Raumschiff, dessen zweiköpfige Besatzung im Augenblick mehrere Kilometer unter der Oberfläche des Planeten erstickt in einem qualmigen Raum rumlag. Es ist eines von diesen merkwürdigen Dingen, die man unmöglich erklären oder definieren kann, aber man kann es spüren, wenn ein Raumschiff vollkommen tot ist. Ford spürte es und fand das äußerst rätselhaft. Ein Raumschiff und zwei Polizisten waren offenbar ohne erkennbaren Grund gestorben. Seiner Erfahrung nach funktionierte das Universum einfach nicht auf diese Weise. Auch die anderen drei spürten es, aber die Kälte spürten sie noch mehr und so beeilten sie sich in einem akuten Anfall von Interesselosigkeit in ihre mollig-warme Herz aus Gold. Ford blieb, um sich das blagolonische Raumschiff näher anzusehen. Er wäre fast über eine reglose Stahlgestalt gefallen, die mit dem Gesicht im kalten Staub lag. Marvin, rief er, was machst du denn hier? Hab bitte bloß nicht das Gefühl, du müsstest irgendwelche Notiz von mir nehmen, kam ein dumpfes Gebrumme von unten. Wie geht's dir denn, Blechbauch? sagte Ford. Ich bin sehr deprimiert. Was ist los? Was nicht angebunden ist, sagte Marvin. Warum? sagte Ford und kauerte sich bibbernd neben ihn. Liegst du denn mit dem Gesicht im Dreck? So fühlt man sich am allerjämmerlichsten, sagte Marvin. Tu bloß nicht so, als wolltest du mit mir reden. Ich weiß, du hasst mich. Nein, das stimmt nicht. Doch, du hasst mich. Jeder tut das. So ist das Universum konstruiert. Ich brauche nur irgendjemanden anzusprechen. Und schon hasst er mich. Selbst Roboter hassen mich. Wenn du mich einfach übersiehst, mach ich mich gleich dünne. Er hiefte sich hoch und blickte entschlossen von Ford weg in die andere Richtung. Das Raumschiff da hat mich gehasst, sagte er niedergeschlagen und zeigte auf das Polizeischiff. Das Raumschiff dort? fragte Ford plötzlich ganz aufgeregt. Was ist denn mit ihm passiert? Weißt du das? Es hasste mich, weil ich mit ihm gesprochen habe. Du hast mit ihm gesprochen? rief Ford. Was willst du damit sagen? Ganz einfach. Ich habe mich furchtbar gelangweilt und war entsetzlich deprimiert. Darum ging ich rüber und stöpselte mich in seine äußere Computerzuleitung ein. Ich habe lang und breit mit seinem Computer geredet und ihm meine Ansichten über das Universum dargelegt, sagte Marvin. Und was geschah dann? drängelte Ford. Es beging Selbstmord, sagte Marvin und stachste zurück zur Herz aus Gold. Kapitel 35 Als an diesem Abend die Herz aus Gold damit beschäftigt war, ein paar Lichtjahre zwischen sich und den Pferdekopfnebel zu bringen, flätzte sich Seffert im Kontrollzentrum unter einer Kleinpalme und versuchte, seine Gehirne mit ein paar gehörigen pangalaktischen Donnergurglern wieder in Form zu schmettern. Ford und Trillion saßen in einer Ecke und redeten über das Leben und die Umstände, die sich daraus ergaben. Und Arthur ging ins Bett, um noch ein bisschen in Fords Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis zu schmökern. Da er ja nun mal an diesem Ort leben müsse, argumentierte er, mache er sich am besten gleich dran, etwas darüber zu lernen. Er stieß auf die folgende Eintragung. Sie lautete, Und die dritte durch die Frage, wo kriegen wir die besten Wiener Schnitzel? Er kam nicht weiter, denn die Bordsprechanlage des Raumschiffs trat summt in Aktion. Hey, Erdling, hast du nicht Hunger, Kleiner? sagte Sefferts Stimme. Äh, naja, ich könnte wohl ein bisschen was vertragen, sagte Arthur. Okay, Baby, halt dich fest, sagte Seffert. Wir essen schnell ein kleines Häppchen, ha? Im Restaurant am Ende des Universums. Wenn wir wiederkommen, dann geht's. Vielen Dank.